Herzlich willkommen, liebe Menschen, die ihr gerade schon die ganze Zeit wartet. Ich habe heute ausnahmsweise mal meinen Wartescreen benutzt. Ja, herzlich willkommen zu etwas, auf das ich mich schon sehr lange freue. Die Rede ist von einem Spiel, das Bioshock und Half-Life bestenfalls kombiniert. Bestenfalls. Schlechtestenfalls kommt es nicht mal an eins der beiden Titel ran. Die Rede ist von Atomic Heart. Und nur um es auch am einen, es ist wirklich der Monat der Kontroversen, nur um es einmal gesagt zu haben, auch da gibt es wieder eine Kontroverse. Auch hier finde ich noch mehr zu Recht eigentlich als bei dieser ganzen Hogwarts-Geschichte. Denn Atomic Heart ist ja von russischen Entwicklern und wie ihr sicher wisst, ist ja gerade der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, den wir alle richtig scheiße finden. Und da fragt man sich, okay, inwiefern kann man sowas noch unterstützen. Das ist natürlich richtig dumm auch für die Entwickler, nehme ich mal an, weil man ja mit dem Spiel angefangen hat zu einer Zeit, als das alles noch kein Problem war, als der Russe an sich noch nicht gecancelt war. Und dann denkt man sich aber, okay, letztendlich kann ich aber wirklich nichts dagegen sagen, wenn jemand, der einfach nur das macht, was er sein Leben lang gelernt hat, in diesem Fall Spiele entwickeln, das macht, um seine Familie zu ernähren, da kann ich wenig Schlechtes dran finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern da jetzt irgendwie noch Propaganda im Spiel sein wird. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da wird nicht so viel sein. Also insofern müssen wir mal zusammen reingucken. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema, dessen ich mir schon bewusst bin und was mich auf jeden Fall auch irgendwie beschäftigt hat. Aber ich freue mich schon so lange auf das Spiel und ich will das jetzt auch einfach spielen. Das ist mir wirklich jetzt erst mal wichtig. Okay, Leute, wir starten direkt ins Spiel. Ihr seid ready? Ne? Atomic Heart? Huhuhu. Okay, ich muss noch überlegen, ob ich Controller nehme oder Pad. Aber auf jeden Fall bin ich bereit jetzt für Begeisterung. Ich drücke nun Neues Spiel. Ich habe übrigens schon alle Shader, ich habe alles eingestellt, ich habe auf Rand losgemacht. V-Sync ist aus. Ich kann aber für nichts garantieren, dass es jetzt die ersten 5 Minuten vielleicht irgendwo ruckelt, irgendwas falsch ist. Übrigens, für die, die es interessiert, das kann man noch kurz zeigen, es gibt hier eine Option, die mir echt gut gefällt. Atomar! Für die Grafik. Da ist dann alles auf super. Ich bin mir nicht sicher, ob Ultra nicht vielleicht doch reicht. Ich habe es jetzt mal riskiert. Gucken wir einfach mal. Auch wenn ich mit der Bezeichnung nicht unbedingt einverstanden bin, finde ich es doch lustig, dass es noch eine weitere Einstellung mittlerweile gibt über Ultra. Okay, Leute. Ich drücke nun. Da muss ich jetzt auch erst mal kurz mich hier doch einlesen. Oh, ich sehe gerade, da ist mein Green. Gerade so, ganz knapp ist er weg. Also, was machen wir? Friedliches Atom. Wir heißen dich herzlich zu einer lockeren Erkundungstour durch Anlage 3826 willkommen. Genosse. Spektakuläre und rasante Schlachten mit Robotern werden dich auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht zu lange von der Geschichte abhalten. Natürlich musst du immer noch kämpfen, aber einheizen wird dir ausschließlich die Handlung. Nee, ist auf jeden Fall nichts für uns. Dann haben wir das Zweite. Der lokale Ausfall. Meisterst du gerne Herausforderungen? Ich bin ja in meinem Vergleich noch so ein bisschen vergessen, aber Bioshock geht ja auch schon in die Richtung. Und jetzt kommt Armageddon. Was wäre das? Du hast eine wilde Fantasie, düstere Gedanken und bist masochistisch veranlagt. Bei Letzterem können wir Abhilfe schaffen. Zieh dich warm an, denn dich erwartet ein echter Albtraum, der dir Erfahrung, Reaktionszeit und Ressourcenmanagement abverlangt. Boah, das klingt nicht für was, äh, für mich. Geh sparsam mit deinen Kugeln um. Die letzte brauchst du vielleicht für dich selbst. Also anhand der Beschreibung würde ich sagen, nee, bin ich doch eher der lokale Ausfall. Euch ist das auch egal, oder? Also ihr seid voll, also ich kann ja einmal kurz noch hier mir das angucken, ja, die Animation, ne? Okay, das ist sehr lustig. Das ist ein Pro-Gamer-Move. Äh, okay, also ich würde sagen, das hier. Ne? Mitte, ihr seid dafür. So, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin schon ein bisschen, hab schon einen kleinen Dämpfer abbekommen, weil Gregor mir gesagt hat, er war ein bisschen enttäuscht so. Das hat mich traurig gemacht, weil ich irgendwie echt gehofft habe, dass das hier richtig reinhaut. Aber vielleicht ändert sich meine Meinung ja auch. Der Chelomei-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Handschu, ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Tanach ist das. Ja, ich bin wirklich sehr lang. Vabinok schwingt auf der Icarus-Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Hier leben führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ja, danke. Das ist ganz schön beeindruckend. Also optisch ist das gerade total beeindruckend. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Also das Art-Design ist wirklich fantastisch. Das haut wirklich ganz schön rein. Was ist mit deinen Oberrobotern los? Die drehen ja durch. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so. Vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssen gestrichen werden. Aber sieh nur, was sie getan haben. Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Vielen Dank. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. Tausend Dank. Viel Spaß bei der Feier. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Schlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuh-Integration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun. Deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Also, ich muss wirklich sagen, das ganze Art-Design der Stadt und so ist Wahnsinn. Ich wünschte, mehr Spiele würden mal was Abgefahrenes machen. Und dieses gigantische, so ein bisschen mehr Feiern, was in Videospielen geht. Ich bin ruhig. Auch interessant meint auch der Chat, dass der Hauptcharakter keinen russischen Akzent hat. Ich finde das aber eigentlich ganz gut. Genossen, Icarus-Plattformbewohner und Gäste der Anlage. Die Ansprache des Generaldirektors von Anlage 3826, Dr. Sechenov, beginnt in Kürze. Sammelt euch auf dem Stadtplatz, um seine Rede zu hören. Hey, dieser Roboter ist gar nicht so übel. Gute Koordination. Hast du etwa einen Roboter gelobt? Verstaunlich. Ja, aber nur, weil er nicht ständig versucht, mir gute Ratschläge zu geben. Echt toll, oder? Gut gemacht. Zeig sie ihm. Hat er einen Schnurrbart? Der hat einen kleinen Schnurrbart. Keine Haare, aber Schnurrbart. Ey, ich weiß nicht, warum nicht mehr Spiele mal so ein abgefahrenes Roboter-Design machen. Warum müssen es denn mal langweilige Androiden sein? Selbst die hier sind in ihrer Langweiligkeit doch schon wieder irgendwie cool. So, auch das Material. Man kann richtig erkennen, was das für ein komisches Plastik hier ist am Kopf. So ein Latex-Gummi oder so. Irgendwie hat das total was. Und das hier finde ich aber absolut Hammer. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Sieht auch sehr gefährlich aus. Ich meine, was kann das potenziell sein? Ah, das ist diese Handgeschichte, die ich ja auch am Ende habe. Auch eine schöne Einführung. Ich mag ja solche schlauchigen Einführungen, in denen man die Welt sich erstmal so entfalten lassen kann. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Okay, das ist viel Vertrauen gegenüber dem Roboter. Und das Lustige ist, der Roboter will die ganze Zeit... Nee, aber das ist keine gute Idee. Vielleicht sollten wir besser jemanden als Assistenz holen. Ist ihm egal. Er ist harter Russe. Also die Sendung sieht sehr interessant aus. Das Lustige ist, dieses Bild auf dem Monitor, auf dem Fernseher, ist ja so klein. Aber wenn du das in Pixeln nimmst, dann ist das ungefähr die Playstation 1 Optik. Glaube ich. Dann ist das wirklich die Playstation 1 Auflösung. Die Sendung gab es echt, war klasse. Die gibt es wirklich. Okay, krass. Ja, ich kenne die überhaupt nicht. Also bei russischer Popkultur, muss ich sagen, hört es bei mir auf. Da habe ich einfach keinerlei Erfahrung. Ich war einmal in Russland, also ich war zweimal in Russland, beide Male in Moskau. Mit meiner Familie, weil wir da Freunde, oder meine Familie hatte da Freunde. Und das war auch sehr schön, mal in so einer Familie wirklich da zu leben und so. Und es hat mich so fertig gemacht, dass alle Sendungen, zumindest damals, von einer Person overvoiced waren. Alles, was aus dem Ausland kam, hatte quasi einen Sprecher, der das dann einfach nur so übersetzt hat die ganze Zeit. Mann, Frau, Kind, Hund, ist völlig egal, ihr hat es übersetzt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Weil du noch ganz leise konntest du noch das Original hören und dann hat er dann so einfach in so einer monotonen... Man hat das Gefühl gehabt, du hast sogar die Raucherpausen gehört. Aber gut, das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen. Danke übrigens an dieser Stelle, wenn wir kurz mal eine Minute Zeit haben, für die Leute, die gesuppt haben, während ich gar nicht live war, als ich vorhin getestet habe. Ich hatte das Spiel nämlich noch nicht ganz runtergeladen. Und dann hat es noch lange entpackt. Ich spiele gleich weiter. Aber kurz, Noob, Corfu, Bleifresser, Sanjay und noch einige andere, die ich jetzt irgendwie nicht mehr finde gerade. Moment, gib mir eine Minute. Nee, gib mir zehn Sekunden. Okay, nee, ich finde sie nicht mehr. Wir lassen es. Was hast du dort gemacht damals? Also ich will jetzt nicht drüber labern. Aber meine, wie gesagt, die, also es gibt ja so Stadtpartnerschaften und da werden dann auch Künstler ausgetauscht. Und in Form dieses Austausches war eine Opernsängerin oder so, die so im Grunde Schlager gesungen hat, russischen Schlager. War in dem Kaffee, in dem ich halt gewohnt habe und so, jajajada. Und dann sind die irgendwann, sind wir halt mal zu denen gekommen und haben uns das angeguckt, weil die uns eingeladen hatten. Und obwohl die quasi echt bekannt ist in Russland, hatten die wirklich eine winzige Wohnung. Es gab eigentlich jeden Tag Nudeln mit Ketchup, kein Scheiß und morgens schon Wodka. Also es war eine ganz surreale Erfahrung. Ich war auf einer Party, da lief ein Kassettenrekorder einfach nur in der Ecke. Aber die Leute hatten Spaß. War eine geile Party. So, jetzt bin ich ruhig. Entschuldigung. Also was die Dinger, also ich will wirklich wissen, das sieht einfach aus, als würden die die ganze Zeit alle Drogen bekommen. Oder ist das eine Aufladestation für diese Hand, wie nennen wir die, Handroboter? Also ich mag ja so riesige Bauten und diese Parks, die immer damit einhergehen, wenn es eben nicht immer nur so was Propagandistisches wäre, was hier wahrscheinlich auch die Welt erklärt. Aber so, wenn man einfach, weiß ich nicht, Einstein so irgendwo hinstellen würde, so ein 500 Meter Einstein, wäre doch geil. Wäre doch nice. Ich meine, bei Einstein sind sich doch wirklich alle einig, das war ein guter. Okay, ich kann mit dem sogar reden. Guten Tag, Genosse. Wollt euch euren Gedanken näher. Sonst möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast? Nein, danke, ich seh mich nur um. Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts. Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumen lila? Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanke-Neuro-Connector zu aktivieren. Derzeit funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon- und Lichtquelle. Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und? Es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Ja klar, steck's mir direkt rein. Na dann. Übersicht über meine Hardware gibt's übrigens auf meinem Insta-Kanal. Da hab ich ein Video über MSI gepostet. Danke an MSI für die geile Hardware. Aber ich weiß sie grad direkt nicht. Aber es ist gut. Es ist eine gute Hardware. Und ich bin aber trotzdem beeindruckt über die Grafik. Ihr müsst mal sagen, ob's bei euch ruckelt. Dann stell ich zur Not mal ein bisschen runter. Oh, das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Tag noch. Aber wer will denn sein? Ich hab das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du doch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Charles. Das charakteristische Lern- und Erfassungssystem. Ich nenn dich so, wie es mir passt. Handschuh. Das ist ja geil, oder? Eine glänzende Darbietung. Danke an Nosch43. Also ich muss wirklich das Spiel loben. Sie haben sich extrem viel Mühe gegeben, dass man in das Spiel, in die Welt reinkommt. Innerhalb von 3, 4 Minuten und 400 Metern. Also wirklich, ich liebe sowas, wenn Spiele sowas anbieten. Wenn man sich wirklich einmal so erstmal wie ein Zivilist in dieser Welt bewegen kann. Und gleichzeitig auch mag ich total dieses abgefahrene Design. Ich wette, das geht auf irgendeinen krassen Künstler zurück. Oder auf irgendeinen Wissenschaftler. Dinge, die sich vielleicht nicht durchgesetzt haben. Die man irgendwann mal auf Papier geschrieben, gemalt hat. Die theoretisch funktionieren, aber die praktisch einfach auch total gefährlich wären. Wenn man mal ehrlich ist. Ich find's total gut. Ich würde mir wünschen, dass man mehr so, so eine Art von Fantasy. Euro Fantasy oder so. Wobei, das ist ja eher so Ostblock Fantasy. Oder die Ostblock Steampunk. Aber dafür sieht's zu gut aus. Was fliegt da eigentlich die ganze Zeit in der Luft rum? Ist das alles Konfetti? Das ist aber auf jeden Fall nicht gesund. Jetzt wär ernsthaft. Das ist doch keine gute Luftqualität. Überall kleine Goldflocken in der Lunge. Okay, einmal noch. Ey, das allerbeste, die beste Idee ever ist der Schnurrbart und die Brille. Wie kann ich in die Hocke? Ich will in die Hocke gehen. Da. Ich weiß natürlich nicht, was hier links steht. Ich würde das gerne verstehen. Illegal Musik gehört. Das wollen wir natürlich nicht, dass ihr auch noch Spaß habt an der Musik. Aber offensichtlich ist der Track voll okay. Hört sich an wie Kraftwerk. Ja, da haben die Russen offensichtlich, sind große Fans von Kraftwerken. Da sehe ich auch eine Parallele. Vielleicht sollte ich Abstand nehmen, damit es nicht in die Luft fliegt. Also sie ist schon cool. Das ist auch Vollbild. Hören wir noch eins. Hat jemand eine Idee? Ja. Stell dich so zu Anatoly wie der Arbeiter und die Keuchersfrau. Und du? Ich bin der Kosmonaut, also stillhalten. Bitte lächeln. Ist es fertig? Lass uns mal das Bild sehen. Na los, mach schon. Kannst du uns das Foto zeigen? Ah, ich glaube, ich habe geblinzelt. Mal sehen. Scheiße, ich habe geblinzelt. Musstest du wirklich so eine Creme machen? Lass uns noch eins machen. Aber diesmal muss das Atom voll im Bild sein. Wir sollten so fotografiert werden, wie wir sind. Bitte lächeln. Macht euch für euer Gruppenfoto bereit, Genossen. Kommt schon, nicht schüchtern sein. Da ist Platz. Kann das Atom auch mit im Bild sein? Und die Stator bitte auch? Alles bis hier sollte im Bild sein. Das wird toll. Ich habe eine Idee. Ich bin eine Dame aus der Zukunft und ihr meine Soldaten. Meine Dame? Ja, genau so. Bitte lächeln. Machen wir noch eins. Hat jemand eine Idee? Ja. Stell dich so zu Anatoly wie der Arbeiter und die Kolchersfrau. Und du? Ich bin der Kosmonaut, also stillhalten. Bitte lächeln. Ist es fertig? Lass uns mal das Bild sehen. Ja, das will ich jetzt auch sehen. Ich glaube, ich habe geblinzelt. Mal sehen. Oh, Betrug. Betrug, da bin ich gar nicht dabei. Nein, die haben uns belogen. Es ist gar nicht ein echtes Foto, was die da machen. Nö, da direkt Abwertung. Bitte komm später wieder. Nächstes Abflauen der Nachfrage erwartet in 5 Stunden 40 Minuten. Also ich muss dringend mal mit Gregor sprechen, was er daran nicht gut fand. Wie konnte er mich so fehleiten? Ich habe echt ein bisschen Angst, dass es jetzt noch schlecht wird, aber ich bin total drin. Ich bin mal jetzt wieder ein bisschen ruhiger und laufe jetzt einfach nur mal weiter durch. Ich weiß ja auch nicht, wann was passiert. Wir sollen ja auf diesen Platz kommen. Ich kann mich noch erinnern, wie Setschenov schon vor dem Krieg mit der Idee ankam. Ja, schade, dass damals die Roboter-Idee eingestellt wurde. Wer weiß. Die braune Pest wäre vielleicht ganz anders verlaufen. Ich weiß. All die Leute, die sie angesteckt haben, die eigenen eingeschlossen. Der halbe Kontinent starb aus. Wäre Setschenov nicht gewesen. Mir tat die deutsche Zivilbevölkerung leid. Gut, dass wir jetzt verbündet sind. Sieh dir Stockhausen an. Ein vorbildlicher Mitarbeiter. Ja, Michael ist ein richtiger Sowjetbürger. Ich schulde ihm noch ein bayerisches Bier. Was hat das denn mit uns zu tun? Wir sollten wirklich weitergehen. Klappe, Handschuh. Ja, ohne Scheiß. Klappe, Handschuh. Reagieren die? Auch wieder. Direkt Abwertung. Wir sind schon nur noch bei 80%. 20% Abwertung wegen dem Foto. Und dann nochmal, weil die Tauben nicht auf mich reagieren. Auf die Art kommen wir hier nicht mehr zusammen im Spiel. Und? Wie geht es dir so? In beruflicher Hinsicht. Oh, sehr gut. Das Labor läuft wie am Schnürchen und meine Arbeit kommt gut voran. Und dir? Wie es halt so geht. Immer noch der alte Zahlentrott. PTA 6 ist interessant. Wir könnten bei seiner Panzerung einige Verbesserungen vornehmen. Ich weiß natürlich, dass das alles nur Show ist. Man kommt irgendwo hin, dann wird so ein Ding getriggert und die labern miteinander kurz. Geben mir so einen kleinen Hinweis über die Geschichte. Das ist sowas von... In welchem Universum spielt das? Da, wo auch Callisto-Protokoll spielt. Weil, also, so eine... Das ist doch nicht sicher. Ja, egal. Schwund ist immer. Auf jedes Kunstwerk kommen so 20 bis 30 Kinder, die einfach für immer da dranhängen. Weil sie einmal den Fehler gemacht haben, zu nahe zu kommen. Also, es ist natürlich wie ein Theaterstück, wo man so immer so seine paar Zeilen abholt von den Leuten. Und ansonsten reagieren alle wie die Tauben. Aber in Verbindung mit der Grafik ist das wirklich eine schöne Illusion gerade. Wie kommt deine Arbeit voran? Ziemlich. Nein. Ich glaube mir, dass du... Oh, nein. Okay, das sieht sogar ganz lecker aus, ne? Alter, hast du das gerade? Oh, meine Zähne. Nein, Alter, du kriegst doch hier Hirn... Gehirn... Kälte. Egal, ne? Russen ist alles egal. Draußen kalt, innen kalt, Hirn kalt. Drei Bissen für ein Eis. Seid ihr wahnsinnig. Aber eben gab es das noch umsonst von dem Roboter. Ein Beißer. Ja, es war wirklich ein Eisbeißer. Kann man nicht machen. Das finde ich bisher... Kann man fast nochmal 10% Abwertung geben. Wegen dem Eisbeißen. 70%. Hast du schon diese fliegenden Eulen-Roboter gesehen? Die sind echt niedlich. So weiß. Ich frag mich, wie die so schweben können. Weißt du was? Ich wünschte, ich wäre eine Ingenieurin. Sie lassen sie die Briefe austragen. Genau wie in einem Bus für Kinder. Immerhin haben sie um die Todeskreisel so kleine Sicherheitsgitter gemacht. Also irgendwie... Bald hält Genosse Setschen auf seine Rede. Hoffentlich erklärt er die Funktion des Gedankegeräts. Es ist natürlich offensichtlich eine alternative History, in der Russland entweder die Kraft des Atoms genutzt hat für irgendwas Besonderes, um wirklich Roboter zu erfinden und all das. Oder vielleicht gibt es noch andere Technologien. Aber scheinbar sind sie noch nicht mal auf dem Mond gelandet. Aber haben halt schon Roboter. Ist auf jeden Fall sehr alternativ. 5% plus wegen Humba-Humba-Tetere sind wir bei 75%. Schwing das Tanzbein. Da muss ich hin. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Nice. Genossen, Bewohner und Besucher von Babilo. Dr. Setschen aufs Rede wird in 10 Minuten beginnen. Und wir zeigen den Schwarz-Rund-Geräusern. Der hat mit der Anlage gefeiert. Haha, auf die Einheit des Volkes. Babilo ist eine Bastion der Wissenschaft. Kommt schon, kommt schon. Es ist so ein bisschen, als würde man durch Putins Schädel laufen. Bisschen fühlt sich so an. Völlig größenwahnsinnig. Und fernab jeglicher Realität. Ja, natürlich. Kriegsopfer. Stimmt, da war ja auch noch was. Das kriegst du ja nicht über Nacht, so ein Imperium. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und, ähm, angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Und ich sage dir, dass es ein Roboter war. Menschen können Qualitätsarbeit nicht so schnell abliefern. Da kommt es zwangsläufig zu Fehlern. Oder, Eloschka? Haha! Wird doch kein Quatsch, Vitali. Das ist eindeutig das Werk eines Menschen. Hör nicht auf ihn, Eloschka. Was? Dieser Guss. Keine Makel. Keine Schnitzer. Nichts. Das Ding ist einwandfrei. Oder in der Stadt. Schließlich. Schön. Und der Detailgrad ist erstaunlich. Du kannst alles... Mein Gott, ist ja gut. Sei aber nur ein oller Kopf. Alles möchte ich lernen. Ich bin sicher. Alles ist möglich. Ich muss zugeben, ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich nicht zu viel Propaganda erwarte. Ich muss zugeben, es ist schon jetzt eigentlich auch in gewisser Hinsicht ziemliche Propaganda. Aber ich versuche das einfach abzutun, als alles findet in einem Fantasie-Universum statt. Mit Bauten von Lenin und Stalin und wo alles gut gelaufen ist für die Russen. Aber gerade so diese China-Nummer eben, da denke ich mir auch, naja, das hat alles schon ein bisschen was Propagandistisches. Aber das sieht halt echt cool aus. Sieh mal, dieser Roboter wird als Bellyash bezeichnet. Wie die gebratenen Teigtaschen? Warum? Ein Schweißroboter. Wenn du dumm fragst, brät er dir ins Über. Sehr witzig. Roboter tun niemandem etwas. Das ist gegen ihre Programmierung. Ja, das weiß ich doch. Damit will ich natürlich nicht sagen, lieber Captain Toxic, dass US-Propaganda das einzig Wahre ist. Ich bin ja für Europa-Propaganda. Da fühle ich mich aufgehoben. Nee, es ist ein schwieriges Thema. Ich sage ja nur, ich habe am Anfang noch eben darüber gesprochen und ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen zurücknehmen. Aber wir versuchen trotzdem einfach, diese ganzen Diskussionen aus dem Video und aus meinem Chatbereich, wenn es geht, rauszuhalten. Weil hier sollte irgendwie, finde ich, dann doch das Spiel im Vordergrund stehen. Und da gibt es ja auch genug, worüber man sonst reden kann. Also zumindest, wenn ich mir das hier angucke. Langsam, Junge. Langsam. Schau, das war das Jahr, in dem du mir einen ganzen Korb voll Flieder gegeben hast. Du weißt schon, das Denkmal haben sie nicht nur für uns errichtet. Wir sind jetzt Wissenschaftler. Also ist es... Bleib hier, Wurfer. Ich gehe allein. Ich muss mit den Jungs über etwas reden. Ah, ich grüße euch, Freunde. Ich konnte euch vor Kugeln schützen, aber nicht vor der faschistischen Pest. Also hier bin ich, der Letzte meiner Art. Hey, Slavka. Heute ist doch dein Geburtstag, oder? Hast du gedacht, ich vergesse ihn? Ich vergesse nie. Ehre unseren gefallenen Helden. Ihr habt unsere ewige Dankbarkeit, meine Freunde. Danke. Ganz genau, Wurfer. Nie vergessen. Keiner wird je vergessen. Außer denen, die man halt vergessen hat. Weil an die kann sich ja keiner erinnern. Die hat man ja vergessen. Aber gut, ich wollte vielleicht... Vielleicht der falsche Ort. Read the Room. Also das hier ist auch sehr imposant. So ein typisches Kriegerdenkmal. Leider kann ich die Texte nicht lesen. Aber das erklärt... Ah, okay, okay. Das finde ich ganz gut, dass das übersetzt wird. Das ist doch schön. Dann hier nicht. Das bleibt geschwärzt. Ah, jetzt komm. Her mit dem Text. Genosse Zetschenov entwickelt die Polymere. Ein Wunder der Wissenschaft, das den zukünftigen Weg der Menschheit nicht nur in der Sowjetunion bestimmt. Ein Schlüsselmoment in der Geschichte. Es ist übrigens schon aber doch kein Soldaten. Seht ihr? So kann sich dann so ein Fehlwissen verbreiten. Ein Schlüsselmoment in der Geschichte der Wissenschaft und Technik. Die Geistesgrößen der Sowjetunion. Jede von ihnen ein herausragender Wissenschaftler. Darunter die Genossen Vavilov, Satscharov, Koroljow, Kurtschat. Och komm, ernsthaft? Wir haben gar nicht genug Marmor um die Namen alle hier. Vereinten ihre Kräfte. Um eine Gruppe zu gründen, die die Grundlagen für verblüffende wissenschaftliche und technologische Fortschritte in der UDSSR und darüber hinaus schafft. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was. Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Achte auf deine Wortwahl, Major. Wir sind an einem öffentlichen Ort. Ach, scheiß drauf. Die Genossen Sechenov und Filomano Kenkoro entwickeln die erste polymerbasierte Wasserstoffzelle der Sowjetunion. Ab diesem Zeitpunkt gewinnt die Zukunft der sowjetischen Robotik weltweit an Wichtigkeit. Nachdem das Dritte Reich erkannt hat, dass sein Untergang unvermeidlich sein würde, holt es zu einem furchtbaren, schändlichen und abscheulichen letzten Schlag aus. In dem ist ein tödliches Virus namens braune Pest. Wer hat das so genannt? Haben die Nazis das so genannt? Oder wurde das retroaktiv so genannt? Auf die freie Welt loslässt. Die Krankheit tötet mit unfassbarer Geschwindigkeit. Es gibt keine Rettung. Vor der verheerenden Pandemie und vorhandene Medikamente erwiesen sich als unwirksam. In der Sowjetunion beginnt ein staatlich gefördertes weltweites Programm zur industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung. Der Stolz der Sowjetwissenschaft wird gegründet. Anlage 3826, der Höhepunkt des Fortschritts, in der die größten Wissenschaftler der Welt ihre Heimstatt finden. In der Anlage 3826 erfolgt der Start des Neuronalen Netzwerks Kollektiv 1.0. Das erste globale Netzwerk der Welt vereint die großen Errungenschaften der Menschheit. Ein unglaublicher, was, was? Ein unglaublicher wissenschaftlicher Durchbruch für die Sowjetunion. Und sonst niemanden. Der Kosmonaut Juri Alexjevic Gagarin fliegt als erster Mensch in den Saal. Also das haben sie geschafft, aber komischerweise sind sie noch nicht auf dem Mond gelandet. Interessant. So. Jetzt kann ich die Propagandastimme wieder ablegen. Was sind wir hier vorbeigelaufen? Eigentlich sehr interessant, wie man das wahrscheinlich... Ah, nee, doch, deswegen war die Maschine da vorne. Man wird ja gezwungen, hier einmal so lang zu laufen. Ich wollte schon gerade sagen, wie interessant, so etwas Wichtiges zu verstecken. Aber das haben sie gar nicht. Der Start von Kollektiv 2.0 steht bevor. Das Resultat wiederjahre. Ich kann immer noch glauben, dass die Sterne sind in den Saal sind. Nehme ich mal an. Als könnte ich mich ausstrecken und sie mit der Hand berühren. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten des Sonnensystems eine künstliche Atmosphäre haben, die für menschliches Leben geeignet ist. Wir werden die fernsten Sterne erreichen. Und genau heute machen wir den ersten Schritt auf dieser historischen Reise. Soll ich jetzt einfach so reinlaufen? Welch atemberaubende Schönheit. Als ich klein war, hätte ich mir nie träumen lassen, Menschen könnten so hoch und so weit reisen. Das sieht eher aus wie so ein Kinderscience-Projekt oder so. So eine kleine Science-Show. Okay, ja. Wo ist denn mein, ähm, mein Quest nochmal? Mein Questmarker? Ich war doch eben schon hier. Wer ist denn Tereschowka? Hier! Wer von euch ist Tereschowka? Sind Sie Tereschowka? Maul! Wo ist Tereschowka? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich hab's doch eben noch gesehen. Wo ist denn der Questmarker? Da muss ich hier doch richtig sein. Okay. Wer von euch... Jaja. Du bist es. Tretet näher. Ich hab ne Frage. Ja Genosse, wie kann ich helfen? Was kannst du mir über den Weltraum sagen? Und glaubst du denn tatsächlich, dass die Menschen bereit ist, ihre Heimat zu verlassen? Glaubst du an außerirdische komische Art, einen Belyage einzusetzen? Komische Art, einen Belyage einzusetzen. Werdet ihr Teil von Kollektiv genossen. Ja, ich war auch überrascht. Anscheinend kann der MA9 seinen Polymer-Emitter dazu verwenden, auf einem Raster Bilder zu erzeugen. Er dient jetzt sowohl als hochauflösende Videokamera als auch als Projektor. Bürger, macht euch keine Gedanken. Glaubst du an Außerirdische? Bekäme ich jedes Mal einen Rubel, wenn jemand diese Frage stellt, wäre ich ein Kapitalist. Aber ich hoffe, dass wir sehr bald zu den Sternen reisen und Außerirdische für andere sein werden. Oh, so hab ich das noch gar nicht gesehen. Danke. Wir arbeiten sie mal alle ab. Was kannst du mir über den Weltraum sagen? Das ist mal eine Frage. Wir könnten endlos darüber reden und dennoch kein Ende finden. Eines ist jedoch gewiss. Die Frage, wie sollten wir auf der Erde leben, wird nur da draußen beantwortet. Nein, 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 nein. Das war gar nicht Tereshkova. An dem alle Planeten des Sonnensystems eine künstliche Atmosphäre. Ich mein, das muss ja sie sein, aber ach, da ist eben, wurde es mir nicht angezeigt. Malone Chayev meldet sich zum Dienst auf Befehl des Genossen Setschenov. Willkommen Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt von Kollektiv. Ja, ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich! Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Setschenov. Polybildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. All right! Blablabla, alles schon gehört. Das spart dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymerinjektion. Haha! Genosse Setschenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Ich finde das so lustig, weil alles hier so mega teuer und aufwendig. Und dann haben sie hier so DIN A4-Zettel ausgedruckt. Mit quasi einfach nur zwei, drei Sätzen. Ich meine, das muss, das haben die ja bewusst gemacht. Das ist ja nicht, das wäre das einfachste der Welt, hier so ein krasses Banner jetzt zu programmieren. Zu bauen, zu basteln. Aber so richtig verstehe ich den Sinn noch nicht ganz, warum das hier so schäbig aussieht. Ich dachte am Anfang, es wäre so eine Kinder-Fair, wo alles so selbst gemacht ist. Aber gut, gib mir meinen Polymer. Mach es direkt ins Gehirn. Oder in die Hand. Mir egal. Und Tchaikovsky im Hintergrund. Genau. Du hast jetzt deinen Handschuh um die Scanner-Funktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. Insbesondere der Polymer-Netzhaut deiner Augen. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Okay. War doch nicht so schwer. Ja, tippe kurz auf RB und halte RB dann gedrückt. Einmal getippt und nochmal gedrückt. Ist das der Scanner? Keine Ahnung. Einfach zweimal drücken. Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scann weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Ja, ja, ich weiß, da stand da nur, da stand es irgendwie anders als man... Eigentlich musste ich nur zweimal drücken. Und dieses gedrückt halten hat mich irritiert. Aber ich nehme an, man muss halten, um es weiter so zu lassen. Wenn ich... Ja. Ja, mein Gott. Zweimal was drücken, das sollte jetzt auch nicht so ein Problem sein. Mich interessiert direkt, was diese großen, fetten Buttons da irgendwie sollen. Blau, Gelb, Grün, Rot. Kann man einer übersetzen, was da steht? Bei mir wäre das... Kaffee... Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was... Es wären einfach vier verschiedene Kaffeesorten. Ja, auch hier wieder die Immersion von der Welt ist super. Ich finde es einfach toll, dass hier überall was passiert. Ich meine, das hier hätte man sich auch sparen können. Aber es ist auch verdammt cool, dass es da ist. Was wird hier getestet, bitte? Wir wissen, was Grün bei dir ist. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Da steht übrigens wirklich nur Blau, Grün, Rot, Gelb. Lustig. Also Grün wäre dann wahrscheinlich für mich wirklich, äh, äh, halt einfach grün. Gelb wäre, dass da so ein Urinschlauch alles absaugt, dass ich eben nicht aufs Klo gehen muss. Und das wären sie schon alle. Also, dass die alle so ein Schnurrbart haben, finde ich schon irgendwie echt ziemlich lustig. Willkommen, Genosse. Das sind ja mal interessante Kunstwerke. Defallen sie dir? Sie wurden aus diesem festlichen Anlass von Robotern angefertigt. Moment. Aber welche Kunstwerke? Was genau ist hier das Kunstwerk? Die Dinger? Die Zettel? Hahaha. Oh, ich hatte gedacht, dass sie von Menschen gemalt wurden. Oh, wunderbar. Das bedeutet, dass wir die Werke menschlicher Künstler erfolgreich imitiert haben. Danke für das Kompliment. Wie kann ich dir helfen? Ja, sieht für mich auch wie das Werk eines Roboters aus. Das gefällt dir nicht? Wir haben Dutzende von Gemälden wie Versa-Komsomol-Kunstlehrer analysiert, um deren Stil nachzuahmen. Bitte zeige mir genau, was dir missfällt. Und wir werden unsere Arbeitsweise in Zukunft anpassen. Feiert ihr auch? Natürlich. Schließlich sind auch wir Teil von Kollektiv. Für uns Roboter ist universelle Polymerisation unser Ziel, unsere Pflicht, unsere Erfüllung. Soll ich das ausführlicher erklären? Nein, nein, ich bin in Eile. Schade, ich hätte es aber sehr gerne. Es kommt. Was kommt? Jetzt gucke ich mir die anderen beiden nochmal an. Jetzt ergibt das hier alles viel mehr Sinn. Noch zwei Tage. Okay, da geht es um diese Kollektiv 2.0. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Setschenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Ich bin in Kürze beginnt die Ansprache von Anlage 3826. Ich bin in Kürze beginnt die Ansprache von Anlage 3826. An, ankämpfen muss, weil man stark davon ausgehen kann, dass sie irgendwann rebellieren werden. Teilweise wirkt das ja wie so eine Parodie von den Boston Dynamics Sachen, wobei, ja, das ist natürlich offensichtlich was ganz anderes. Aber Boston Dynamics zeigt ja auch immer gerne so kuriose Sachen, die ihre Roboter können. Aber warum sehen die aber auch so aus, ne? Warum sind die auch so bunt angemalt? Ja, wahrscheinlich für die Parade. Aber das sind ja eigentlich, nehme ich mal an, Kampfroboter. Guck dir mal die Hände an von den Dingern. Kann mir doch keiner erzählen, dass du die zum Tanzen brauchst. Das sind eine Menge Drohnen. Wir stehen heute am Beginn des größten Ereignisses in der Geschichte der Welt. Wir können wünschen. Trennt uns noch von einem unglaublichen Augenblick in unserer Evolution. Der die Welt, wie wir sie kennen, kommt, lebt bei der Welt. Nachdem man sich bezeichnet hat, sind wir stark, wie sich unsere beliebte Sonja-Kundin in der letzten Jahrzehnte vorbeiget hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Ja, Mut zur Größe, würde ich sagen. Einfach sehr groß designed alles. Das wird für die Kämpfe natürlich dann auch sehr spektakulär. Aber ich habe hier so... Oh, ach so, Entschuldigung, ich muss ja auch den Green runter machen. Nee? Okay, zum Büro. Aber das ist es doch. Oh. Das ist so ein Warteraum, ne? Alter, ist das imposant. Das ist mal ein Aufzug. Wenn du den hast, kannst du den Leuten direkt schon beim Reinkommen imponieren. Ich frage mich auch, welche Engine das ist. Ich nehme mal an, die Unreal Engine 5, aber... Also ich glaube nicht, dass sie eine eigene Engine entwickelt haben. Und die Unreal Engine ist halt extrem stark, wenn man sie gut einsetzt. Okay, ich hoffe, hier wird jetzt geladen. Ansonsten ist das der längste Aufzug ever. Oh, diese Marmor... Nenn ich Marmor, aber die Oberfläche von diesem Holz, selbst die hatte so ein holographisches, so ein kleines, so ein Hologramm... Da, seht ihr es, so eine Art Relief. Irgendwas ist da eingestanzt, damit es noch edler aussieht. Guckt euch das mal an. Ha! Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, von wer auch immer hier wohnt, ist wahrscheinlich der Chef von dem Ganzen. Der Zerchenov. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden kann. Abgesehen von einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Warum sind seine Hände so kaputt? Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Ach, ernsthaft jetzt? Ich darf mir das ganz kurz angucken und dann darf ich wieder in den Aufzug gehen. Also, da will doch nur einer angeben. Na hier, Entschuldigung, aber bevor du zu mir kannst, musst du noch dir den Schlüssel abholen von meinen beiden Roboter-Geschas. Meinen russischen Roboter-Geschas. Und dann guckst du dir bitte meine beiden in den Boden gerichteten Flugzeuge an. Einfach nur, ich hab die ja nicht umsonst gekauft. Das megalomanische Äquivalent zu Leuten, die ihr Motorrad im Wohnzimmer parken. Also wirklich. Aber ist schon geil. Ist schon geil. Und die Musik. Boah. Ich will eine reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Setschenhoff, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt es nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Vavilov-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Das ist doch Jeremy Clarkson. Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Ist es die deutsche Stimme von Jeremy Clarkson? Weiß ich offen gesagt gerade gar nicht, wer Jeremy Clarkson ist. Ich habe ein Problem. Es teert immer ein bisschen. So ein Tearing, was mich nervt. Ich will halt nicht da. Euch nervt es ja auch, wenn ich das mache. Und sobald ich mich zu schnell bewege, habe ich dieses Tearing. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich werde erstmal nochmal eine Weile spielen. Ah, von Top Gear. Okay. Sobald ich hier erstmal ein bisschen reingekommen bin, werde ich nochmal vielleicht in meinen Nvidia-Einstellungen rumstellen. Aber jetzt will ich erstmal kurz reinkommen. V-Sync kann ich nicht aktivieren. Bewegungsunschärfe könnte ich ausschalten. Meistens auch keine Bewegungsunschärfe. Das hier ist ein Spritfresser. Bald laufen sie alle mit Elektrizität. Das ist die Zukunft. Da hast du recht. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion... Politik holen wir auf. Wir haben genug Gedankegeräte. Es wird keine Engpässe geben. Kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinov die wachsende Sorge in der Stadt Ossios. Wie wär's mit etwas Musik? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kaputt von Ruhe und ja, das ist eine der besten auch Woche Leute, Kraft und Produkt qué ha Also ich meine klar, Half-Life 2 hat eine richtig tolle Intro-Sequenz, die will ich jetzt hier auch nicht angreifen. Bioshock hat eine sehr tolle Intro-Sequenz, aber die geht nicht so lange. Fallout hat auch tolle Anfänge, aber das sieht auf gar keinen Fall gut aus im Vergleich. Also ich bin echt ein bisschen weggeblasen gerade von dem, was mir hier gezeigt wird. Ich erwarte fast schon, dass es gleich irgendwann richtig abfällt, qualitativ. Aber inszenatorisch 10 von 10. Guckt euch das mal an jetzt hier. Jetzt guckt doch mal, wie das aussieht. Bin ich denn der Einzige, der das nun krass findet? Wo bin ich denn hier? Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Scheiße, brummt mir der Schädel. Die Ehrenaxt. Guckt sie euch an. Die goldene Axt. Okay. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Okay, eigentlich will ich nur... Ihr seht's, ne? Ich will eigentlich nur ins Menü. Jetzt komm ich aber nicht mehr ins Menü. Ich wollte natürlich jetzt... Wann? Ich wollte es natürlich jetzt umstellen auf Vsync. Oder läuft's bei euch? Weil bei mir hat's... Weil bei mir hat's... Na gut. Bei euch scheint's zu gehen. Na gut, dann lassen wir's so. Ich weiß... Und... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ey! Also... Ich dachte, L wäre... Wäre blocken. Aber ich glaub, das hab ich falsch gelesen. Die muss ich mir gleich nochmal anlesen. Was ist denn noch blocken? Das kann ich... Kann ich vielleicht hauen und dann L? Hm. Da hätte ich vielleicht auch wirklich blocken müssen. Bin gleich tot! Ich bin schon auf durch Polymer geschwommen und noch bin ich nicht ertrunken. Ein verdammtes Wunder der modernen Wissenschaft. Ah, okay. Jetzt raff ich... Was das hier ist. Oder? Das ist irgend so ein Quabbel. Ja, und wie komm ich da raus? Was ist jetzt los? Ich raff ja gar nichts mehr. Drück mich! Drück mich! Drück mich! Drück mich! Drück mich! Drück mich! Woh! Drück mich! Woh! Lesen. Ja, Leute, ihr sagt immer, ich muss das mehr lesen, aber das ist teilweise so kurz zu sehen. Ich bin ja hier auch ständig am irgendwas machen, entertainen, nachdenken, irgendwas gucken. Man kriegt es nicht immer mit. Steht doch alles da. Wo denn? Ich weiß, eben stand es da. So, die Axt könnte ich auch mehr nehmen, ne? Aber so eine Handkante war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, ich hab doch die Axt. Lobby ist daschen. Ah, seht ihr? Und hier habe ich jetzt einen harten Schlag. Dieses Polymer ist sehr weird. Es ist aber eine sehr interessante Idee, aber es sieht schon komisch aus mit diesem ganzen Grasfisseln. Ihr habt das auch gehört, ne? Das bilde ich mir nicht ein. Und wenn man die Axt nicht ausgerüstet hat, muss gerade nochmal gucken, wie man die zurückwählt, dann hast du halt nur einen Schlag. Ich dachte, man hat da auch zwei Schläge. heilige Scheiße. Hey, Handschuh. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Victor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Wawilow-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Wawilow-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Hilfe! So hilf mir doch hier! Hey du, ich komme. Alles gut da drin? Ihr müsst mir mal sagen, also bei euch sieht's gut aus. Bei mir teert es ziemlich, aber bei euch sieht's gut aus. Und das ist offen gesagt mir wichtiger. Sag mal Bescheid, ob das so ob das so bleibt. Oh, da hätte ich gerne auf High Definition Texturen verzichten können. Alter. Das war ne Falle! Du kennst mich mal! Piss dich, gefällig! Ja! Was klötzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Das war ne böse Überraschung. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, hab ich gemerkt. Danke für die Hilfe. Kein Problem, Söhnchen. Was machst du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ich bräuchte ne Waffe. Hast du irgendwas? Willst du der Frau jetzt noch ihre einzige Haken nehmen? Na klar. Aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du ne Waffe brauchst, zieh dich dort um. Der Vavilov-Komplex. Da will ich eh hin. Ach. Heute ist dein Glückstag. Ich geh auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt. Eine Pchela. Verdammt nochmal. Wir haben 30 Sekunden. Beweg dich. 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Die Oma gefällt mir. Klamm nicht. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein. Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot. Genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, ne ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Oma Sina, was geht denn mit dir ab? Ich bin schon seit zwei Tagen auf die Eier. Nimm dies. Fress Scheiße und sterbt. Wo hast du das Ding her? Vergiss es. Du nimm mal den Schlüssel. Ich nehm das. Oh, shit. Oh nein, Oma Sina. Oh, shit. Raucht der gerade den Filter? Auf jeden Fall. Über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schläche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was? Ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Staat vom Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an den Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Dies ist ein Notfalleintrag. Ich bin Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischniewskaya. Es gab einen Zwischenfall im Wabilow-Komplex. Roboter haben angefangen, alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey, wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Erschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Hey! Du da! Man kann ja niemandem mehr trauen. Eben war ja auch ein Roboter dahinter. Ah! Halt durch, komm! Halt durch, halt durch! Halt durch, halt durch! Bleißen der Roboter-Checker Alexander Vichler, Höhe, die Städte bei der Landstelle. Okay, wenn die rote Markierung erscheint, was soll ich? Ja, zu spät. Na, er weicht gut aus. Lange halte ich das nicht aus, dieser erste Roboter hat schön zugesetzt. Zerstörte Roboter entfalten ein reanimierendes Neuro-Polymer-Präparat namens Neuromid. Neuromid-Kapsel heraus und heile dich damit. Okay. Das finde ich übrigens richtig nice. Ich zeig's euch mal. Ich lass das einfach nur... Ich halte das einfach nur. Dann wird das automatisch gelootet. Das wird den Nils ganz schön freuen. Auto-Looten! Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Also das finde ich eine ziemlich coole Idee, als jemand, der in Sillionen-Horrorspielen schon eine Million Schubladen aufmachen musste und das oft auch frickelig sein kann mit dieser Ego-Steuerung und ein bisschen nervig und sich irgendwann auch nicht mehr nach Spaß anfühlt, bin ich totaler Fan von dieser Idee. Es macht das Ganze halt ein bisschen zu einfach fast schon. Aber man muss ja trotzdem noch manuell suchen. Also du musst ja schon... Du drückst ja nicht einfach nur einen Button. Aber ich muss sagen, das gefällt mir. Das ist eine Änderung, die kann man gerne auch in anderen Spielen dieser Art übernehmen. Würde mich nicht wundern, wenn man das in einem neuen Bioshock oder so nicht auch irgendwie machen könnte. Die Synchro. Die Synchro ist schwierig. Also es gibt schon Sachen, die haben mir gefallen und dann gab es Sachen, die waren nicht so doll. Aber so richtig schlecht war bisher nichts. Aber ich würde es irgendwo in der Mitte einordnen bisher. Dank der Menschen immer vor Ort wird es bleiben an seinem Ort. Das Atom. Oder den Roboter. Ich weiß es nicht. Befehl von Genosse Sechenov, Direktor der Anlage 3826. Sämtliche Mitarbeiter der Anlage 3826, einschließlich Dienstleistungsangestellte, haben sich am 10. Juni einer Polymerisierung zu unterziehen und anschließend das Protokoll zu unterzeichnen. Wie gewünscht dir meine Einschätzung des Gefangenen W. Petrov. Gemütszustand, nervös, impulsiv. Die Arbeit im Pliszekaja-Theater hat sich offensichtlich auf den psychologischen Zustand des Gefangenen ausgewirkt. Er ist seit Monaten besessen von Bildern aus der Welt des Theaters und rezitiert im Schlaf Gedichte eines unbekannten Dichters. Körperlicher Zustand, durchschnittliche körperliche Gesundheit, gelegentliche nervöse Zuckungen, Sicherheitseinschätzung, Fluchtgefahr. Trotz Genosse Sechenovs persönliche Anordnung, keine zu harschen Methoden zur Verhinderung einer Flucht einzusetzen, empfehle ich eine ständige Beobachtung. P.S. Inoffiziell ist Petrov aufgrund seiner Erlebnisse seit geraumer Zeit dabei, den Verstand zu verlieren. Aus psychologischer Sicht gibt es keine objektiven Gründe für seine Psychopathie oder seine Theaterbesessenheit. Ich vermute daher, dass das Theater für ihn mehr als nur ein Arbeitsplatz ist. Ich schlage vor, seine persönliche Arbeitsstätte durchsuchen zu lassen. Oma Sina, an Sicherheitsmitarbeiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass Sinaida Muravyova, auch bekannt als Oma Sina, unter keinen Umständen ohne vorherige Genehmigung das Schüsslingslagerhaus betreten oder sich ihm nur nähern darf. Genossin Muravyova hat in der Vergangenheit Saatgut und Schösslinge experimenteller Blumen mit in ihre Privatwohnung genommen, unter dem Vorwand eine Inspektion durchzuführen und sie so dann eigenmächtig kultiviert. Da diese Pflanzen sich noch in einer frühen experimentellen Phase befinden und Eigenschaften aufweisen könnten, die noch nicht vollständig ergründet wurden, könnte sich dies als gefährlich erweisen. PS, reagiert nicht auf Oma Sinas unverschämtes Verhalten. Benehmt euch! Streng geheim. Informiert Genosse Zetschenov über den Zwischenfall in der Keimungswerkstatt. Riegelt das Krankenhaus ab, in dem das Opfer behandelt wird. Abgesehen von dem medizinischen Personal und Genosse Zetschenov darf niemand die Station betreten. Warum hast du das Ding eingeschaltet? Uns wurde befohlen, es bei deiner Ankunft einzuschalten, Genossin Muravyova. Mein Befehl lautet zu dokumentieren. Du kannst deinen fetten Arsch dokumentieren, aber mich nimmst du nicht auf. Lass mich durch! Und nenn mich nicht Genossin Muravyova, für dich immer noch Oma Sina-Bürschchen! Wir dürfen dich nicht durchlassen, Genoss... Oma Sina. Nicht ohne Autorisierung. Was? Ich durfte bisher immer hier rein, und jetzt plötzlich nicht mehr. Jetzt hör mal zu. Entweder lässt du mich sofort los, oder ich komme später wieder. Und dann steht sich hier jemand anders die Beine in den Bauch. Also... Äh... 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 Geh einfach rein. Dachte ich's mir doch. Wegtreten! Ich will eigentlich die Hand aktivieren, aber mit der Axt... Wie kann ich denn nochmal... Oh, auch nice. Äh... So, aber ganz kurz... Ähm... Ne, eigentlich nicht, aber egal. Habe ich jetzt trotzdem... Nein. Wie kann ich die denn weg, wenn ich nochmal... Ich will die Hand benutzen, um diese Schrotflintenpatronen zu holen. Das ist so der Plan. Ne, es geht nicht. Wahrscheinlich muss man tatsächlich in der Nähe sein, oder vielleicht kann man die auch nicht einsammeln. So... Jetzt geht's wieder. Dann probiere ich das hier auch nochmal gerade. Okay, nee, es geht doch nicht. Schade. Also sehr, sehr cool eigentlich bisher. Leider habe ich keine Muni mehr. Shit, dann nehmen wir die Axt. Ich mag auch, dass man hier zum Nahkampf gezwungen wird. Auch wenn der Nahkampf bisher noch nicht so hundertprozentig optimal ist. Und immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen unübersichtlich. Gerade wenn man so Dashes einsetzen kann. Aber man fühlt sich doch relativ beweglich. Was ja in so Nahkämpfen dann schon wichtig ist. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Man hat nicht so den super Überblick. Anzugreifen wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurz schließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen. Hier stimmt was nicht. Oh, scheiße! Der Roboterwurm kam da einmal durch das Haus. Angriff der Roboterwürmer. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Ah, vier. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ah, verdammt. Pinzette. Pinzette, 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 Pinzette. Ja, ja. Herr damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Machen wir nicht. Also, wie heißt du, Dok? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Okay, dann lauft doch nicht in den Todeslaser. Oh, verdammt. Vorsicht vor dem Schlaf. Ah, da kam der rote bisschen zu. Au. Ach, das war's schon. Scheiße. Ich bin einen Ticken zu kurz ausgewichen. Ich bin so leicht ausgewichen, aber es hat nicht gereicht. Irgendwie cool. Danke auch Turbo Schwanen und Mighty Soul und D-Noob. Äh, danke, danke, danke. Und Super Humpty Dumpty. Ich versuche mal weniger wackelig zu spielen, damit ihr, damit euch da nicht das Auge ausfällt. Interessant, dass die Feinde auch immer noch so die... Also, es war nicht gut. Na, oh, oh, oh. Interessant, dass man halt die Spuren der Schläge sieht. Ich muss halt immer kurz bevor er zuhaut, abhauen. Äh, ey, warum hat er die jetzt ausgewählt? Die will ich doch gar nicht. Ah, gefährlich, ey. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Shit. Wenn die mal treffen, haut das auch mega rein, immer. Ich trau mich nicht zu taunen. Okay, jetzt. Jetzt hau ich vorher. Uh, es ist ein bisschen frickelig leider, die Kämpfe. Viel hin und her, hin und her. Ähm, da hätte man vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Das ist schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut. Darum können wir es, ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten in Schlösserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Bitte denk daran. Okay. Okay. Buck. 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 Oh. Ach, da unten. Das ist eigentlich voll geil. Das ist eigentlich ein ganz gutes, spaßiges kleines Minigame. Aber ich bin halt echt rhythmisch leider sehr, sehr benachteiligt, weil ich einfach sehr schlecht bin. Das sind die Boomer-Reflexe, ja. Das funktioniert. Da lacht er. Metal-Gesolid-Vibes. Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Ich habe leider keine Energie mehr, deswegen müsst ihr mit diesem Rahmen jetzt erstmal kurz leben. Das ist ein Sexwort, oder? Was wird dir gefallen? Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Ringe ich schnell zu ihrem Sender, Manipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mach's ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Ne, ja, ich komme nicht dran. Ich versuch's doch, verdammtes Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Der Sexschrank des Schreckens. Das war cool. Du hast etwa 50 Gramm Neuropolymer erhalten. Ich schlage vor, diese Dosis bei der liebreizenden Nora gegen eine neue Fähigkeit zu tauschen. Wenn's dir nichts ausmacht. Ja, ich mein, die Schrotflinte ist schon wichtiger. Aber die benutze ich wahrscheinlich häufiger, die Axt. Ja, der vernichtende Hieb kann auf jeden Fall noch deutlich vernichtender sein. Oh, ja, ein Rundumschlag. Das gefällt mir. Installieren. Und mehrere Stufen, dazu gibt's auch noch. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Wow. Also, das Spiel überrascht wirklich die ganze Zeit mit seiner Welt. Also, ist das ein Sex-Schrank? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Da würde ich, das ist auf jeden Fall Forbidden Glory Hole. Und da, was soll da rein? Und die Schläuche? Also, alles daran ist völlig, völlig verrückt. Gut, ähm, aber hier haben wir den harten Schlag. Jetzt haben wir ihn. Speichere Daten. Schön wäre, wenn hier nochmal irgendwo ein bisschen, ein bisschen Energie für mich wäre. Na gut, aber scheinbar kann ich jetzt nichts machen. Ich habe keine Energie und so bleibt es. Ich muss zugeben, mich hat der Kühlschrank, oder was das hier sein soll, hat mich ein bisschen scharf gemacht. Der weiß schon, welche Knöpfe er drücken muss. Ah, okay. Habe ich denn auch eine Taschenlampe vielleicht? Nee, noch nicht scheinbar. Moment, ich drücke mal. Digital. Nee, ich habe keine Taschenlampe. Schade. Die wäre nicht schlecht. Weil sie haben ja gesagt, sogar am Anfang, dass diese Geschichte nicht nur als Handy und Taschenlampe dient. Also habe ich ja mindestens Handy und Taschenlampe. Was ist denn mit den schwarzen Bovers los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehle und sind immer höflich. Aber die schwarzen stürzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angeremmt. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Und sich nicht einmal entschuldigt. Ach nee. Reagieren Sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Okay, hier ist das Kabel für den Aufzug und da geht's lang. Wie komme ich dahinter? Hier ist ja ein Trepsche. Nee, also hier komme ich wahrscheinlich nicht hin. Aber man kann es ja nochmal versuchen. Vielleicht. Nee. Oh, ich hab ja eins gut. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken. Und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Ja, dazu muss ich den EMP erstmal testen. Und eigentlich will ich ja woanders lang. Ne, okay, also hier, dann gehe ich doch wieder... Na, wobei, jetzt bin ich gerade hier. Wir werden den Aufzug schon gleich noch finden. Hm. Nichts in der Toilette versteckt? Da bin ich mega enttäuscht von. Die sollen sich mal Dead Space angucken. Da findest du wenigstens noch was in der Schüssel. Hm. Ja, aber... Welche Objekte, ne? Ich bin mir nicht sicher, welche man nehmen kann. Mäh. Knosse Major! Du sagtest doch, du weißt, wie man der Kamera entgeht. Von einem Profi wie dir hätte ich was Raffinierteres gehabt. Ich hab doch nur kurz geguckt! Wann mal muss man eben drauf losstürmen. Wie gerade eben. War natürlich nicht so geplant. Ja, dann komm mal her. Oh, das wird nix. Doch, ich kann ja anhalten. Okay, dann komm her. Na komm, Alter, du bist ja eben gerade noch hier lang. Das finde ich schon sehr gut, dass jeder von denen ein bisschen Energie hat. So einfach kann es gehen. Das erinnert ja total an Bioshock jetzt. Oh, hier brauche ich ne Lampe. Er kennt's ja nix. Okay, das wäre die Möglichkeit gewesen an dem... Aber so geht's doch auch. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein, oder? Oh! Ich find's auch toll, dass man hier überall rein kann. Okay. Und ich kann hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Man muss das übrigens gedrückt halten und da kann ich einfach nur einmal drücken Wäre noch ein bisschen angenehmer Und seine Birne? Funktioniert die? Alle Birnen in Anlage 3826 sind mit der Notstromversorgung verbunden und werden nie abgeschaltet So können die Mitarbeiter ständig in Kontakt bleiben Aber ich brauche doch ein Passwort oder eine Zugriffsberechtigung, um die Birne zu benutzen, oder? Ich kann dir Zugang zu jedem Gerät der Anlage verschaffen Das gilt auch für die Chibitos, die dir auf dem Weg zu deinem Missionsziel sicher noch begegnen werden Alles klar Ich frage mich, was diese Nummern hier bedeuten Es gab ja vorhin die Idee Oder scheinbar irgendwas Was hier gesellschaftlich so etabliert ist Dass es einen sozialen Score gibt So ein bisschen wie Das soziale System in China Vielleicht haben die sich da Irgendwie gegenseitig daran orientiert Vielleicht ist das in dem Fall bei ihr Hier sieht es nicht so gut aus Bei der Leiterin der Datenaufbereitung Mit 3,3 Uuuuh Als erfahrene Spezialistin in ihrer Abteilung ist Meglina Dank ihres analytischen Geistes in gewissen Kreisen recht bekannt geworden Die Jahresbeste, Jahrgangsbeste an ihrer Universität Besitzt die Gabe, verfügbare Materialien zu studieren Und ausgesprochen präzise und elegante Schlüsse daraus zu ziehen Nur wenige Datenpunkte reichen Genossin Meglina schon Um im Nu eine Analyse zu erstellen Leider hat sie die falsche politische Einstellung Und deswegen werden wir sie demnächst aussortieren Nehme ich jetzt einfach mal an Aufgrund dieser Bewertung So, wir wollen aber die anderen Briefe uns auch noch angucken Rauchen verboten Ich möchte dich in Kenntnis setzen Dass sämtliche Programme zur Kultivierung neuer Tabakvarianten Vorerst einzustellen sind Offiziell erfolgt dies im Rahmen der Bemühungen der Regierung Das Rauchen einzudämmen Inoffiziell wurde nach Stalins Tod auf höchster Ebene entschieden Die Regierung vollständig vom Rauchen Und der Verwendung von Tabak abzugrenzen Ich kann deinen Frust verstehen Zumal Alkohol der weitaus ungesünder und gefährlicher Als der Tabak ist, weiter hergestellt wird Doch ich kann nichts dagegen tun Aber es raucht sich doch so gut mit einem Wodka in der Hand In der Keimungswerkstatt ist es zu einem unglücklichen Unfall gekommen Die Pflanze hat eine Studentin namens A. Neolova gepackt Die dort tätig war Die junge Frau wurde zwar gerettet Doch ihr Zustand ist extrem kritisch Sie hat am gesamten Körper Verbrennungen Und hat einen anaphylaktischen Schock erlitten Sie ist bewusstlos Das Opfer wurde auf die Krankenstation des Komplexes gebracht Und muss ins Krankenhaus des Wavilov-Komplex gebracht werden Alle Zeugen des Zwischenfalls haben Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet Und somit ihr eigenes Todesurteil Wir benötigen vier Labormitarbeiter mit Erfahrung im Umgang mit giftigen Pflanzen Um das Opfer A. Neoleva zu transportieren Statte sie mit Schutzanzügen aus Fordere aus Pavlov ein Sonderfahrzeug mit der nötigen Ausrüstung an Schicke A. Neolova zur Behandlung ins Krankenhaus Pavlov Okay, interessant Oder Ne, hier sind die Arbeiter nur Und das ist die Post Okay Genossen Man sagt Der Montag beginnt am Samstag Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich freinehmt Wie ihr wisst Erfolgt am Montag Den 13. In der gesamten Sowjetunion Die nationale Polymerisation Und unsere Geschäftsführung Möchte einen Trupp von Freiwilligen Für die Feierlichkeiten zusammenstellen Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet Erhält eine Abmahnung Keinen Bonus Ich wünsche ein schönes Wochenende Okay, die beiden Arbeiter sind schon Von mir erledigt worden Die da normalerweise jetzt kommen würden Ich wollte ausprobieren Ob ich diese EMT-Geschichte machen kann Ich dachte vor allen Dingen Da drunter ist man sicher Ich dachte ich muss da herangehen Und die dann aktivieren Aber ich kann das einfach so machen Oh ja, da ist zu Ich glaube fast jetzt haben wir ganz gut hier alles weggelootet Ähm Mal gucken, dass ich hier nicht wieder drin stehe Also, da müssen wir eigentlich hin zu dem Kabel Wir sind ja jetzt fälschlicherweise schon mal hochgegangen Ach, weißt du was Mir doch scheißegal Du rufst eh niemanden Weil es nämlich gar keinen mehr gibt Da kann auch die Musik mich nicht täuschen Aber ich bin nur ein paar Leute Und dann sind auch die Musik nicht mehr Und dann kann das so machen Ich glaube ich bin Dann bin ich hier Ich bin doch Ich bin doch Ich bin doch Ich bin doch Nee, war da. So. Gut, dann gucken wir also doch noch mal weiter, ob hier nicht da irgendwie ein Durchgang ist. Ah, sogar sehr einfach. Das war wirklich einfach nur zwei Meter. Das Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Das war übrigens die Mondschein-Sonate. Was natürlich interessant ist für alle Resident Evil Fans. Ich sehe generell ganz viele Hommagen an bestimmte Spiele hier und da. Könnte auch zufällig sein, aber ich... Ich glaube, da sollte man die Entwickler auch nicht unterschätzen. Die kennen die Klientel. Ah, okay, wir haben ja einen neuen Waypoint. Wahrscheinlich führt er uns jetzt genau dahin, wo wir schon gerade waren. Ja, manchmal... Ich mache das immer gerne. Ach, die Leute vergessen. Zwei Wochen später ist das alles schon wieder weg. Es ist verwunderlich, weil ich hier ja schon mal alles weggelootet habe, dass ich den irgendwie jetzt scheinbar noch suchen muss. Ich meine, irgendwo muss er ja sein. Sind hier vielleicht Schlüssel zu sehen. Da. Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Kann ich hier auch... Ah, okay, das ist nur der andere Weg runter. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles, magst du Kekse? Hä? Das ist wirklich ein Keks. Nein, meine einzige Schwäche. Logik. Wo ist Spock, wenn man ihn mal braucht? Ich gucke vorher noch mal kurz hier ins Internet. Genossin, wie ist der Schlosskirche? Zu deiner Frage hinsichtlich der Funktionalität des Strahlendecoders. Dieses klobige System ist ein passives Sicherheitsgerät. Ja, wie du korrekt angemerkt hast, könnte es jedes Kind bedienen. Aber während dein Kind Kombinationen eingibt, wird ein Signal an das Sicherheitspanel geschickt. Und der wachhabende Sicherheitsmitarbeiter kann jedes unbefugte Verhalten unterbinden. In einem Notfall kann das Gerät auch von Mitarbeitern ohne spezielle Ausbildung bedient werden. Zudem können Roboter aufgrund von Beschränkungen ihres Programmcodes den Strahlendecoder nicht bedienen. Was die Gefahr eines Fehlers im Falle einer Roboterfehlfunktion verringert, ist deine Frage damit beantwortet. Ups. Das noch. Glückwunsch zur Beförderung. Ekaterina. Glückwunsch zu deiner Beförderung zur Programmiererin und Planerin des Wavilo-Komplexes. Ich und die gesamte Geschäftsführung sind begeistert von deinem Lebenslauf und deinen Referenzen. Ich entschuldige mich im Voraus für den alles andere als idealen Arbeitsplatz. Dein Vorgänger war äußerst schlampig, was zu einer Degradierung geführt hat. Die Hand einer Frau wird dem Büro ganz gewiss guttun. Falls du Fragen hast, zögere bitte nicht, mich zu kontaktieren. Ekaterina. Logik. Oh mein Gott. Schalte die Funktion des passiven Sicherheitsrelais frei, indem du die Magnetfüße in die richtige Reihenfolge bringst. Schreibi, 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 mitschreibi. Plus, 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 durch, plus, gleich, plus. Plus, plus, durch, minus, gleich, minus. Minus, durch, minus, ist natürlich, plus. Okay. Das haben wir uns gemerkt. Äh, boah, ich hab original vergessen. Es muss alles rot sein, ne? Oder grün, grün. Wahrscheinlich muss alles grün sein, klar. Aber woran war ich, ach da, da sieht man ja, ne, ist das Minus? Nein, das zeigt nur nach links. Woran erkenne ich denn jetzt, was Minus und Plus ist, damit ich das kombinieren kann? Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Also hier ist, ist das dieselbe Farbe wie hier? Irgendwie ist da überall, also, klar, die Strahlen haben eine andere Farbe, aber die Lichter an sich, an den runden Penöpeln, die haben... Also ich, ich wundere mich halt, wo hier Plus und Minus ist, ne? Das ist ja kein Minus, sondern ein Pfeil. Okay, ich nehme an, erstmal muss ich oben wieder was, was kaputt machen. Wir gucken mal rum, was passiert. Gar nichts passiert. Ah, da war einer. Moment, erstmal gucken. So. Ich nehme fast an, man muss es sich, äh, durch Deduktion irgendwie, ähm, äh, zusammenkriegen, was davon Plus und Minus ist, oder? Oder oben ist Plus und Plus. Beides wäre dann Plus, ne? Oder in dem Fall jetzt nicht mehr, weil ich es schon gedreht habe. Und unten wäre dann eins davon Minus. Plus und das andere Plus. Aber wir haben natürlich drei, also wir haben nur sechs Räder, aber neun, äh, für die Strahlen, ne? Neun verschiedene Angaben. Ich gucke erstmal weiter. Ja, der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Äh, blau ist Minus, sagt ihr. Blau gleich Minus, oder? Blau Minus Grün. Rot, Rot, Grün. Unten rechts, einfach Blau nach unten. Ich hab's ja jetzt gelöst, aber wo ist Blau nach unten? Achso, na gut. Die Strahlen, meint ihr. Okay, haben wir alles hier abgelootet? Ja. So richtig weiß keiner von euch, wie es geht. Ich lese alle Farben. Und, welcher? Ich vermute, äh, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehm den links. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken. Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Levedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petroff beheben? Sie könnten. Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Ich würde sagen, das ist jetzt auch egal. Das kriegt doch eh jeder mit. Das scheint ja überall zu passieren. Aber gut. Wenn ihr halt meint, dass das der richtige Weg ist, werde ich mich jetzt hier nicht... Also, nachdem ich mich jetzt nicht... Das ist alles automatisch. Okay, hier habe ich alles und dann gehen wir wieder auf Questjagd. Ich mag auch, dass es so eine gewisse Abwechslung ist zwischen Such- und Erkundungspassagen und dann eben immer wieder mal kämpfen, denen man auch durch vorsichtiges Vorgehen aus dem Weg gehen kann. Hä? Ja. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Achtung, verurteile Nummer 704, 5 bis zum Abend. Unendlich. Oh! Okay, das lief mal ganz gut. Ist hier noch irgendwo einer? Warum kann ich... Ich kann jetzt plötzlich nur noch diesen Rundum-Schlag machen, aber ich kann nicht mehr den harten Schlag machen. Was ein bisschen doof ist, weil der war auch nicht schlecht. Wird gleich nochmal gucken. Victor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte. Mach dich bereit. Ich sammle meinen Papierkram zusammen und komme dann sofort nach. Wir lassen diesen Albtraum hinter uns. Für immer dein, Larissa. Ich werde natürlich erstmal looten, bevor ich hier weitergehe. Das ist ja, Alter, was riesige Areale. Da kannst du ja wirklich erst nochmal eine ganze Weile dir alles angucken. Hier war ich schon, ne? Trotzdem habe ich noch, oder? Ich glaube, ich habe trotzdem hier was liegen gelassen, wenn ich das so sehe. Ja. Okay, und dann haben wir das hier ja auch alles schon gesehen, glaube ich. Zum Großteil. Ja. Sichere Gebiete. Sehr gut. Kann ich ein bisschen aufleveln? Ein guter Fernseher. Hier läuft wahrscheinlich auch wie in Bioshock oder so. Läuft immer nur diese eine Folge. Und was ich auch sehr schön finde, ist wie hier ganz deutlich halt gezeigt wurde. So, ey, wir machen euch es da unten im Bunker so angenehm wie möglich, ne? Mit solchen LED-Wänden. Finde ich immer schön, wenn man das Spiel so weit treibt. Ach, das ist ja nur Speichern. Stimmt, ich dachte für eine Sekunde, jetzt kann ich aufleveln. Nein, das geht ja nur beim Sexomaten. Okay. Okay. Man kann wohl auch hier mit diesem Scanner immer gucken, was lootbar ist. Da sieht man dann, glaube ich, die... Oh, da sehe ich sogar ein Feind, ne? Okay. Schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Ach so. Der hat aber auch dumm in die falsche Richtung geguckt. Der war auch auf Opfer programmiert. Sagt, was ihr wollt. Die Loot-Hunt ist auf jeden Fall mein neues Highlight, mein neues Lieblings-Feature in Spielen. Es ist nicht Bequemlichkeit, aber es ist so nervig, immer manuell hingehen zu müssen. Es ist viel passiert seit Shenmue. Ich möchte nicht mehr jede Sache aufmachen müssen. Vielleicht ist auch wirklich einfach eine gewisse Faulheit unserer Generation. Aber da muss ich echt sagen, das nehme ich sehr gerne an. Der nächste Schritt ist natürlich, dass man einfach in den Raum geht und alles direkt lootet. Aber das ist vielleicht zu... too much. So, wir hören uns auch gleich. Guck dir das an. Äh... Wie heißt... Ich bin gleich zurück. Callisto-Protokoll. Guck dir das an, Callisto-Protokoll. Du kannst es ja... Offensichtlich geht das ja, dass du dir ein Audio-File einfach auch während des Spiels anhörst. Dann macht man das auch gerne. Keimungswerkstatt, fleißig, ungesellig. Der andere ist fleißig, extrovertiert und laut. Algenwerkstatt, leicht zu beeinflussen, wegen unordentlicher Arbeitsstätte abgemahnt. Alle drei kann man eigentlich... Ach, die sind ja schon Gefangene. Okay, haben sie es auch verdient. So nicht. Die folgenden Mitarbeiter der Spestizid-Werkstatt sollen das Opfer A. Neolova zum Valilov... Also es gibt sehr viel um dieses... Opfer. Ups. Ähm... Bisher finde ich die Texte so lala interessant. Könnte man durchaus auch die Hälfte wegwerfen, weil die einfach redundant sind. Mich interessieren ja die Worldbuilding-Texte. Und die Geheimnis-Texte. Ich möchte alle Genossen, die im Sicherheitsdienst tätig sind, daran erinnern, dass die Tage von Genossen Stalins Säuberungen hinter uns liegen. Ja, die Leute, die ihre Strafen in Vavilov absitzen, haben verschiedenste Verbrechen begangen. Doch sie sind weiterhin Menschen und weiterhin unsere Genossen. Wie wir sie hier behandeln, entscheidet darüber, ob sie durch ihre Bestrafung ihre Lektion lernen und erkennen, dass sie den falschen Weg eingeschlagen haben. Ich habe jedoch einige Beschwerden von Gefangenen erhalten, dass sie schlecht behandelt werden. Ich möchte alle daran erinnern, dass wir weder eine Strafkolonie noch ein Gefängnis sind. Seid netter, meine lieben Freunde. Aus der Reihe E-Mails, die in der Straf-Sicherheitsdienst sicherlich noch nie abgeschickt wurden. Das ist ganz krasse Fiction hier. Ja, ja. Was würde passieren, wenn die Sache rauskommt? Der Ruf der Sowjetunion würde leiden. Sowjetische Roboter gelten auf der ganzen Welt als absolut sicher und zuverlässig. Sind sie auch? Natürlich sind sie es. Deshalb trifft Petrovs Verrat das Ernst des Mutterlands. Er ist seinem eigenen Land in den Rücken gefallen und will, dass die ganze Welt aufhört, unsere Roboter zu benutzen. Dieser Mistkerl. Achtung! Alle Mitarbeiter, die die Mitleidung SBN21 und SBN22 erhalten haben, müssen sich jede Woche bei der Sozialkontrolle melden. Also ich versuche hier gerade so ein Vibrieren oder so zu sehen, aber offen gesagt kriege ich keins. So, ich versuche, ihr seht es ja, ne, ich versuche mich so ranzutasten. Ich versuche, ihr seht es ja, ne? Ih! Ich versuche, ihr seht es nicht, nein! Ich versuche, ihr seht es nicht, nein! Ich versuche, ihr seht es ja, denn es wird schnell in der ganzen Welt etwas für die Betriebe. Ich bin in der Ecke. Kommt Zeit, kommt Rat. Als ob das nicht Wodka wäre. Fragen, wie ich an diese Kiste gekommen bin, sind unerwünscht. Befehl von Genosse Zetschenhoff, Direktor der Anlage 3826. Sämtliche Mitarbeiter der Anlage 3826, einschließlich Dienstleistungsangestellte, haben am 10. Juni eine Polymer... Das haben wir doch schon gesehen. Okay, dann verlassen wir dieses Räumchen hier wieder. Auch interessante Beleuchtung. Alles hier ist irgendwie... Alles hier hat dennoch seinen eigenen Style. So, jetzt... Eben gerade habe ich doch gesehen, dass da was... Genau, da leuchten die doch. Und das geht aber nicht auf. Auch nicht damit, auch nicht damit. Nee. Mann! Ich dachte, da wäre wieder irgendwo was offen. Nee. Das macht mich wahnsinnig. Ach, da, seht ihr. Natürlich, genau. Wie komme ich da hin? Kurz nochmal schauen, ob ich nicht hier irgendwas übersehen habe. Ressourcen muss man... Ja. Ressourcen muss man hier wirklich gut schonen. Weil gerade sowas wie Schrotflintenschüsse... Also dafür gehe ich auch mal den Umweg. 18 Kisten Wodka, ne? Das reicht bis zum Mittagessen. So, und jetzt werde ich gleich noch was ausprobieren. Ich bin mir nämlich nicht sicher... Ob das da nicht noch weiterging. Nee. Ne. Na gut. Lieber Double-Checken. Okay, lad dich wieder auf, bitte. Das sind schon viele, ne? Ich würde eigentlich mindestens einen gerne von denen... Sind das hier so Bleiwände? Oder warum sehe ich da nicht durch? Da, jetzt sehe ich die Entfernung einfach nur. War nicht weit genug. Ich würde gerne einen mal von hinten erwischen. War nicht, war nicht weit genug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie gefällt es dir bisher, Simon? Also ich finde, oh, es ist wirklich die Inszenierung, Inszenation, also auf jeden Fall die Präsentation ist ganz toll. Ich merke im Gameplay ein paar Schwächen, was vor allem auch so ein bisschen auf dem sich ständig wiederholenden Nahkampf zurückzuführen ist. Also da ist es nicht wirklich mit einem Bioshock zu vergleichen, wo es ja auch ähnliche Elemente gibt. Vielleicht wird sich das noch ändern, wenn ich das mit dem Schocken gleich auch besser noch kombiniere. Aber so bisher ist es okay. Die Kampfelemente, die Spielmechanik ist okay. Es gibt Sachen, die mir sehr gut gefallen, wie dieses Autolooten. Und generell auch die Möglichkeit natürlich Stealthy zu sein, aber eben auch aggressiv zu sein. Und vor allen Dingen ist es wirklich das ganze Design von allem. Von der Technik, der Welt, die Grafik. Das ist wirklich, also bisher ganz schön einmalig. Aber natürlich das Spiel, spätestens in dem Moment, in dem das Spiel dann mit seiner Mechanik begeistern muss und nackt vor uns steht, merkt man dann doch schon, dass es halt nur ein Spiel ist. So zum Beispiel, dieses Schocken hat ja jetzt gar nichts gebracht, oder? Normalerweise müsste der Gegner ja zumindest eine Weile kurz geschockt sein. Aber scheinbar macht es einfach nur Schaden. Aber ich meine, es macht jetzt schon Bock. Es ist nur, ja, spielt man halt so, ne? Also das Geprügel, den Nahkampf, den spielt man so weg. Maschinen für ganz normale Menschen, für Holzfällerfabrik und Bauarbeiter. Sie befassen sich nicht mit den Feinheiten der Mechanismen des Netzwerks. Aber genau das hatten wir bei der Konzeption und Entwicklung von PTL-4 im Sinn. Das steht für Polymer-Technologie-Legierung Algorithmus 4, sowohl für militärische als auch für zivile Anwendungen. Es ist ein gemeinsames Produkt der zahlreichen Forschungs- und Entwicklungskomplexe von Anlage 3826. Bahnbrechend, geleitet von Genosse Celomé und mir persönlich. Die daraus resultierende Legierung zeigte solch phänomenale Eigenschaften, dass sie für streng geheim erklärt werden mussten. Wie schon PTL-3 vor mir. Ich vermag daher nur mit unserem Erfolg zu prahlen und die genaue Zusammensetzung und Struktur als intellektuelles Rätsel zu belassen. Verschleißresistenz und Sicherheit, der wohl wichtigste Aspekt unserer Maschinen für ganz normale Menschen. Für Holzfällerfabrik und Bauarbeiter. Sie befassen sich nicht mit den Feinheiten der Mechanismen. Der Vavilov-Komplex ist eine der größten Abteilungen der Anlage. Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Betroff ist aus der Kältewerkstatt von Vavilov geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich da hin? Mit der hier? Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Wald, Delfin? So friedlich. Ja, was soll ich da nicht lang oder wie? Das Essen ist fertig. Ich gehe. Es bleibt keine Zeit mehr. Du solltest nur das Leben betrauen. Die kennen sich mit dem Demonstruß. Das ist los. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Der Schaltplan muss den Schaltplan finden. Äh, was war das? Stationsvorsteher. So ein Witz. Dies ist Icarus. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckless. Ohne Plan gibt nichts voran. Oh, Scheiße. Der lebt noch. Schaltplan. Du brauchst einen Schaltplan. Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum ist du ein Staat so wie alles hier? Momentan, dass die laufen nicht. Nein. Ohne Schaltplan geht gar nichts. Die Toten haben einen Neuropolymer-Restspeicher. Und können noch eine Weile nach ihrem Tod kommunizieren. Coole Idee, Alter. Das ist eine richtig schöne Idee. Danke, Sterau27. Der Schaltplan, den ich brauche, um die Wagen zu bewegen. Wo ist er? Der Stationsvorsteher hat ihn nicht überlebt. Nicht so schnell wie ich. Ist gestorben. Das ganze Ding ist eine einzige Leichenhalle. Ist der Stationsvorsteher in diesem Tunnel gestorben? Dieser Tunnel. Erstarben und alles gestorben? Direkt vor meinen Augen. Du brauchst den Schaltplan. Bist du sicher, dass der Stationsvorsteher ihn bei sich hat? Nimmt er ihn überall hin mit? Er trägt ihn bei sich, der Stationsvorsteher. Finde ihn, finde ihn, hol den Schaltplan. Alles klar, ich suche ihn. Vielleicht hätte ich mich bedanken sollen. Scheiß. Ohne Schaltplan läuft die Däden. Steckless ohne Plan. Ach du Scheiß, eine sprechende Leiche. Das ist auch eine schöne Idee. Das ist eigentlich so eine Idee, wie sie auch aus Half-Life sein könnte. Weil es so ganz morbide, irgendwie eklig ist, die Vorstellung. Es könnte auch, könnte aus Doctor Who, könnte es auch sein. Es ist einfach die Idee, nach seinem Tod noch so eine Restidentität zurückzubehalten, bis die Batterien ausgehen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Und auch coole Idee, dass man mit den Leichen noch reden kann. Da ist er. Ich muss das Ding finden. Du bist es denn nur gehandelt. Baum, das ist Stock, jetzt stopp. Na, ich dachte, er hat das jetzt. Gehen wir zur Station. Dann aktivieren wir die Seilbahn. Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Oh, das ist wirklich eine coole Idee. Ich muss da gerade nochmal schauen. Ich meine, das war ja wohl der Vorsteher. Ach, das hier, ne, ist die... Okay. Also ein U. Ist es das hier? Oder ist es kleiner? Ich probiere mal so. Ne. Hey. Ne, so ist es nicht. Geh mal wieder weg. Ey, geh weg. Das war doch ein U. Ich dachte, das fing hier so an. So, und dann hier hoch und dann die. Aber das scheint es ja nicht zu sein, sonst würde es ja gehen. Ne. Oh, einmal wegdrücken. Mann. Es war ja in diesem Bereich hier. Also eigentlich die vier, ne? Oh, endlich können wir auch mal was, was aufnehmen. Und wie kann man schießen? Das muss ich vielleicht noch freischalten. Ah, das ist ja Stuhl. Ah, der ist aber nicht schlecht. Das ist wie so ein, wie so ein Bottelflip. Gut, dass ich das geschafft habe, dass der wieder auf allen Vieren steht. Nicht ohne meinen Stuhl. Keine Fahrkarte. Ja, so. So ist gut. Stimmt, ne? Es gibt eine Doktor-Hu-Folge, die eine ähnliche Idee hat. Da musste ich auch dran denken. Sehr gut, der Typ da wächst. Stimmt, das ist eine richtig gute Folge. Der nächste springt auf mich zu, oder? Wer denkt sich denn so ein Transportsystem aus? Scheiße. Ich habe doch gewusst, das wird... Na. Du schon wieder. Vorsicht. Da vorne ist deine Wecke. Sehe ich. Ich bin nicht. Wir müssen irgendwie weiterkommen, aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit. Kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Zeig doch mal was. Nee, hier nicht. Wusste ich doch. Immer das Rohr. Ja, ne? Ich muss hier gerade mal auch... Moment. Äh... Aha, okay. Und jetzt dahin. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss kurz mal was vorlesen, was ich auch bestätigen muss. Empfinde ich genauso. So, Evel Alex schreibt, Sechsschrank, Loot-Hand, Tod, deren Gedankenspeicher du anhören kannst. Transportsystem wie eine alte Achterbahn beim Heidepark. Nette Ideen hat das Game. Ja. Das ist wirklich, ähm... Also, also originell... Also, das Spiel doch schon. Ziemlich. Spielerisch bisher... Standard. Aber, ey, wirklich. Also, Ideen hat es ohne Ende. Da können sich einige Spiele mal was von abschneiden, finde ich. Okay. Nee? Doch, oder? Ja, du hast was verpasst, wenn du den Sexschrank nicht mitbekommen hast. Verdammt noch mal. Das kam überraschend. Das war der Riesenwurm. Gute Reflexe, Major. Und ob... Ohne die würde ich nicht überleben. Ja, und jetzt? Oh. Charles, das war ein Buraf, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Burafs fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Oh, das sind, ähm, genau. Es gab ja die normal angezogenen und dann gab es die schwarz angezogenen. Und die schwarz angezogenen haben diesen Laser. Ah, da muss man wirklich sofort ausweichen. No Map. Danke, Peaches, 47. Danke. Auch Sterau, 27. Und Crank, go! The Fake Rufus, Turbo Schwanen. Schon wieder sehr viele Leute, die, äh, abonniert haben. Vielen Dank. Auch Dainu, Mighty Soul. Weiter geht's. Huiuiui. Oh, shit. Du schon wieder? Vorsicht. Da folgt eine Lücke. Sehe ich. Ja, da kam ich jetzt gar nicht mehr weg. Vielleicht sollte ich, äh, mich gar nicht mit denen, äh, abgeben. Einfach an denen vorbei und dann einfach springen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteiger-Ausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit. Kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Ey! Okay, das haut nicht so hin, ne, mit dem Abhauen. Die können offensichtlich hinterherkommen. Na gut. Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht. Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Ah! Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um. Ja. Ich kann ja, es ist super schwer, Leute, ähm, die Energie noch aufzuladen, weil die dauert auch wieder so lange und man hat hier wirklich nur so ein ganz kleines Areal, wo man kämpfen kann. Ich könnte natürlich mal runterhüpfen. Ähm, aber ich dachte, die sind jetzt nicht so schwer. Ich komme hier schon wieder nicht weg. Ich komme in keine Richtung, kann nicht flüchten. Jetzt gleich. Jetzt gleich. Morgen bei Steam ab 25. Du hast 25.000 Euro geschrieben. Ich nehme an, du meinst 25 Euro. Äh, da lohnt sich das schon, finde ich. Du kannst es dir aber auch beim Xbox Game Pass umsonst holen. Also, du zahlst halt den Game Pass natürlich, ne? Wo ist die Leiche? Oh, jetzt. Also 50 Euro, na gut, das ist ja dann einfach Vollpreis. Ich hätte jetzt gedacht, 25 Euro ist ein sehr gutes Angebot. Da würde ich mir ganz in den Ernst, bei jedem Spiel, das im Game Pass ist, würde ich erstmal überlegen, ob ich mir nicht den Game Pass hole. Der kostet nicht so die Welt und man hat so unfassbar viele, so gute, gute Spiele. Es ist halt vor allen Dingen ein guter Titel, nicht einfach nur Quatsch. Ich glaube, Microsoft musste doch gerade sogar belegen, damit sie nicht wegen, ähm, Monopolstellung, ähm, bestimmte Sachen verboten bekommen. Mussten sie, mussten sie gerade darlegen, dass sie keinen Gewinn machen, sondern Verlust mit dem Game Pass. Und das glaube ich ihnen. Ohne die würde ich nicht. Ist ja bei Epic, äh, bei Epic genauso. Okay, jetzt kommt der Dicke. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten, die sowjetische Wissenschaft, setzt für unsere naturbedingende Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Das ist gut, jetzt war er gerade hinter mir. Ach komm, ich war so nah dran, bitte nicht. Oh, fuck. Mann. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal machen. Das macht Microsoft nicht zu Wohltätigkeitszwecken. Natürlich nicht. Die wollen sich einfach nur reinkaufen in den Spielemarkt. Das haben sie ja seit der Xbox 1 auch als klare, ähm, Strategie kommuniziert. Und seitdem ziehen die das eigentlich ganz gut durch. Okay, so. Ich nehme jetzt gleich mal die Schrotflinte. Dafür haben wir sie ja, ne? Ich bin in der Spezialeinheit. Kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Kann man die normalen Schläge nicht auch blocken? Da frage ich mal die Tutorial-Anbieter in meinem Chat, weil ich selbst habe es schon versucht und hatte das Gefühl, man kann die nicht blocken, sondern man muss ausweichen. Also, es würde ja auch Sinn ergeben, dass man einen Schlag von einem, von einem, von einer Maschine, der mega wehtut, dass man den nicht einfach blocken kann. Ich weiß es aber nicht. Also, wenn es geht, werde ich es herausfinden. Oh, Ficken. Das, diese Passage ist jetzt so ein bisschen, ne. Aber das schiebe ich jetzt nochmal auf mich. Okay, man soll nur ausweichen. Immer vergesse ich den Wurm. Im Land der Roboterwürmer. Das wäre immer ein gutes Sequel gewesen für die Raketenwürmer-Reihe. Geil. Sehr gut. Ah, warte. Man kann auch einmal nachladen. Wie komme ich hier jetzt durch? Ich würde sagen, durch diesen Glibber, aber der ist nur so klein. Ich bin jetzt Ballot. 畢 これ ist 3,4-2-2-3-2-2-4-4-8-1-2-2-3-4-3-6-8-1. Ah, mit dem kann ich ja reden. Das ist ein Produkt. Ein Jammer. Wusstest du, dass wir sie nicht ins Ausland verkaufen durften? Und worin liegt da die Ironie? Das ist lächerlich. Ich war hier Buraf Robotiker. Als ich hörte, dass die Roboter Leute angreifen, bin ich schnell hergekommen. Wollte meinen abschalten. Also haben sie mich in Stücke gehackt. Meine eigenen Maschinen haben mich gedötet. Die Bedientafeln sind voller Trümmer. Jetzt kramen sie auf sich allein gestellt irgendetwas aus, als würden sie schlafwandeln oder so. Ich frage mich, was sie ohne uns wohl träumen? Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden abendlichen Tunnel. U-Bahn? Ha! Sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und steppen mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten. Nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Du hast an den Borafs gearbeitet? Von Anfang an habe ich hier fast alles gebaut. Hier gab es kein künstliches Meer, keine Felder, keine Wälder, gar nichts. Ganz zu schweigen von den Seilbahnen. Nur Gewürzzüge. Kaum jemand denkt darüber nach, wie es hier mal war. Und das alles nur dank meiner Borafs. Wir haben Berge versetzt, die ganze Infrastruktur gebaut. Und jetzt reißen sie ein, was sie gebaut haben. Wir haben keine Ahnung. Eine Maschine hat einen Geist wie ein kleines Kind. Ohne Liebe und Zuwendung ist sie irgendwann verwirrt. Ja, das macht schon irgendwie Bock, mit den Leichen zu reden. Und sie haben auch oft noch mal was Interessantes zu sagen. Also es ist gar nicht so eine schlechte Idee. Da war ein Philip K. Dick Zitat. Das habe ich so nicht mitbekommen. Danke. Gerne weiter solche kleinen Bonmoos, wenn ihr welche habt. Ich gebe die gerne weiter. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Rett. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß. Und zwar an der Oberfläche. Aber ich meine, den Müll haben sie doch auch nicht erwischt. Nein! Nein! Hey, das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Ist da noch irgendwas zum Klauen? Nee. Was für eine angenehme Fahrt ist? Ich glaube, ich bin so. Was für eine angenehme Fahrt. Ich bin so. Ich bin so. Was für eine angenehme Fahrt. Ich bin so. Was für eine angenehme Fahrt. Speichere Daten. Oh, eine Laserwand. Die nehmen wir aber genau mit der Sicherheit. So was ist nicht ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Nicht wieder der irre, notgeile Kühlschrank. Haha, ich freue mich jetzt schon. Sexy Eyes, ja. Der Kühlschrank. Da habe ich Bock drauf. Das ist mit einer meiner Top-NPC-Figuren aller Zeiten. Den werde ich mir für immer merken. Der notgeile Kühlschrank. Alter. Wie bei Star Wars, ne? Gleich die Wunde keuterisiert. Ich war so einsam. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in mich hinein. Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Hör nicht auf ihn, mein Großer. Er will uns auseinander bringen. Nimm den dummen Handschuh ab, damit wir für immer zusammenbleiben können. Aha. Willst du, dass ich dich schlage oder in Stücke zerlege? Würdest du mich wirklich wegen eines dummen Handschuhs töten, Liebling? Wie würdest du denn ohne mich in dieser grausamen, gewalttätigen Welt überleben? Ohne Probleme. Ist ja nicht so, als würdest du mir irgendwie helfen oder so. Ich kann doch nichts aus dem Boden stampfen, Liebling. Ich brauche Polymer und andere Komponenten. Stöck mir dein Polymer rein und ich gebe dir, was du willst. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installiere endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und genieße. Aber versprich mir, dass du wieder schmutzige Dinge zu mir sagst. Oh, ich hau dir gleich eine rein. Ja, ja. Schlag mich, Meister. Ich liebe dominante Kerle. Ist ja widerlich. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Das tat weh. Das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen. Betonung auf Feucht. Stimmt. Suchen wir den Verräter. Wenn ich den in die Finger... Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir hier. Er trägt einen experimentellen Primäranschuh. Der muss zu Setschenhoff gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Buraf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verpassen lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treff dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nitscheyev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Celobe. Victor, rette dich! Celobe. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling, Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarm zu verräten. Lockdown in Garten. Ich komm nicht weg! Man wird sehr leicht in so eine Ecke eingekreist, eingekeilt. Was ja auch okay ist, aber das frisst ein bisschen den Spielspaß, weil man oft halt in diese Ecken kommt und dann weiß, okay, jetzt hab ich eigentlich... Vielleicht gibt's ja nochmal später irgendeine Fähigkeit, durch die ich mich dann daraus befreien kann. Ja, dann geh ich jetzt erstmal hier, genau, mach ich erstmal dich. Shit! Oh Mann, voll... voll verlaufen. Oh Mann, voll... voll verlaufen. Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petroff ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petroff aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren. Ich glaube, das wird passieren. Das ist ja offensichtlich der vermeintliche Bösewicht, von dem ich aber ausgehe. Naja, vielleicht gibt's da dann doch schon noch einen Grund, warum er das macht, was er macht. Aber er hat offensichtlich die Gewalt über die ganzen Roboter erlangt. Das ist wohl so eine Allzweckwaffe. Für den Fortschritt der Menschen, dieses Polymer. Okay, da oben ist hier so eine verschlossene Geschichte. Und hier unten auch. Da komme ich ja theoretisch durch. Aber soll ich das wirklich? Ah, okay. Hier darf ich auch gar nicht durch. Oder ich muss vorher Energie sammeln. Vielleicht geht's jetzt. Nee. Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum da hinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Oh, geile Wurst. Mh, lecker, Alter. Das hätte ich jetzt gerne. Schön diese Wurst so reindrücken. Nam nam nam. Ins Gesicht. Reiben. Sie sind in der Wand. Kannst du sie nicht hören? Da trippeln sie herum. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor ihnen. Du musst dich nicht fürchten. Du bist... tot. Ich weiß. Als ich noch am Leben war, sah ich, wie tote Leute wieder aufstanden. Ich will nicht, dass mir das passiert. Ich fürchte mich vor ihm. Vor wem? Den Robotern? Nein! Roboter töten kurz und schmerzlos. Aber sie... Sein verbleibender Polymer-Speicher ist aufgebraucht, Genosse. Alles klar. Die Leute hier werden nicht von Robotern getötet. Aber wodurch dann? Das kann ich nicht ermitteln. Wir werden es wohl auch nie herausfinden. Verstanden? Nie. Danke an Giuli 1307 für dein Abowski. Das ist lustig für Abo. Bitte hört euch diesen Chibiter an und lasst ihn dort, wo er ist. Er soll alle daran erinnern, unter keinen Umständen Pflanzenproben mit nach Hause zu nehmen. Auch wenn sie noch so harmlos erscheinen. Pflanzen aus den Laboren können genetische Eigenschaften besitzen, die sich negativ auf eure Lebensqualität auswirken. Was im Labor gezüchtet wird, bleibt im Labor. Punkt. Punkt. Oh. Punkt. Punkt. Gut. Punkt. Okay. Okay. Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie? Eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Das würde ich jetzt auch gerne machen, genau. Denn ich wollte die Tür ja erstmal aufmachen. Oh geil, das ist ein Rhythmusring. Du hältst dich also für klüger als deine Chefs? Nein, du verdrehst meine Worte, Doktor. Ich habe nie gesagt, dass ich klüger bin als sie. Du hast aber gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich dieselben Chancen und Ressourcen hätte wie sie, würde ich ebenso viel erreichen können. Wenn nicht mehr. Beneidest du Menschen wie Sechenov, Lebedev und viele Honenko? Beneiden ist nicht das richtige Wort. Beneiden heißt, man möchte haben, was jemand anderes hat. Das will ich aber nicht. Ich will an ihrer Seite stehen. Ich will ihnen gleichberechtigt sein. Und ich spreche nicht von ihren Entscheidungsbefugnissen. Ich möchte, dass wir alle wirklich gleichberechtigt sind. Aber genug davon. Wir haben das schon hundertmal besprochen und du glaubst mir immer noch nicht. Das ist Zeitverschwindung. Wache! Wir sind hier fertig. Noch einer? Okay, ich habe das Ding ja scheinbar gerade aktiviert. Das wusste ich ja nicht. Ich habe einfach mal drauf geschossen. Dachte, naja, guckst du halt mal. Aber so kann man sich Energie holen, wenn man welche braucht. Nicht schlecht. Ach ja, ich muss das Ding ja mitnehmen. Habe ich es denn dabei? Es sieht so komisch aus. Okay, nee, ich habe es nicht. Das ist ja weird. Ich habe es doch gerade rausgenommen. Okay. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Das sieht aus, als wäre das ein wichtiger Schlüssel hier, ne? Ach, jetzt ist er weg. Ach, jetzt ist er weg. Oh, oh, oh. Genosse Saratschenkov, worin verschwinden all deine WoW-A6-Roboter in solch großer Stückzahl? Ständig haben sie eine Fehlfunktion oder lösen sich schlicht in Luft auf. Es versteht sich von selbst, dass ich Kontakt zum Pavlov-Komplex aufgenommen habe. Sie werden uns noch einige Einheiten schicken. Mache deine Pelikan-Lade bereit, die Lieferung trifft morgen ein. Und löse das Problem mit den verschwindenden WoWa's. Behalte dein Ausrüstungsinventail im Auge. Du wurdest gewarnt! Da muss ich so ein bisschen an Reha M denken. Es begann ohne Warnung. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend! Beeil dich, Major! Was meinst du denn, was ich hier mache? Ich beeil mich ganz sicher nicht! Geil mich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verdammt! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Geht erst, wenn wir die anderen Brocken da reingemacht haben und des ersten großen Sieges der UDSSR in der Ergebnislammung abends winnen, dann kommt unser Sieg, die Kursung, die Scharaoche der Vögel, dasselbe die Schlauche der Azimänte, die Schlauche der Gnade, die Schlauche der RUZ, die Schlauche der Gnade, die Schlauche der Gnade, die Schlauche der Gnade. Ein seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Erzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstößt. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Sie empfangen sie nicht wirklich. Das ist schließlich keine Zeitmaschine. Was du hörst, basiert auf einer sehr spezifischen mathematischen Berechnung, einem hochkomplexen, auf Neuropolymer basierenden Algorithmus. Clever. Ich brauche dringend mal ein bisschen Energie. Ich sammle viel Scheiße ein, aber keine Energie. Okay, ich kann durch diesen Polymer natürlich durch, obwohl da bin ich ja hergekommen. Hier bin ich ja hergekommen, glaube ich. Aber da muss ich hin. Tja, was haben wir denn hier? Ab mit der Probe. Ich habe einen. Du überschreitest deine Macht mit dir. Du überschreitest deine Macht mit dir. Danke, Grease-Grey-Fox. Äh, vielen, vielen Dank. Oh, was habe ich da? Sehr schön, Bauplan. Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wenn ich eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja. Da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Liebe es, wenn du wütend wirst. Ja. Ähm. Eigentlich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Du Monster. Aber du hast schon so lange nichts mehr in mich reingesteckt, mein Großer. Ich war gefällt es dir, Lieb. Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Ach, das ist doch verrückt. Grüße an Lodi Rathor. Schön, dass du diese seltsame, seltsame Spiele mit mir zusammenspielst. Ähm. Ich will... Okay, Arsenal habe ich verbessert. Jetzt will ich mal gucken, ob ich mich noch ein bisschen verstärken kann. So, was kann denn der Handschuh noch? Schock elektrifiziert Gegner. Ich dachte, das hätten wir schon. Haben wir auch, ne? Ja. Äh. Ich habe 127 Euro Pölle mehr. Weitere Verbesserung des Anzugs erhöhen deine maximale Gesundheit. Ja. Will ich. Was ist hier? Einen zusätzlichen Sprint. Gar nicht so schlecht, um abzuhauen, äh, bei den Kämpfen immer. Anzugsschutz vor Laserangriffen. Ja, das ist nicht schlecht für diesen, äh, schwarz gekleideten Androiden. Jeder anständige Mensch muss einen Marathon laufen können. Erhöhte Bewegungsschwindigkeit. Was haben wir hier noch? Ja, das kennen wir schon. Die Kapazität von Clustermunition steckt an. Was genau war nochmal die Clustermunition? Ja. Oh, kann ich noch nicht abholen. Schade. Na gut, dann sind es wohl nur die Dinger auch, die ich hier sehe. Ähm, diese vier. Laserschutz, Angriff, Laserangriffen, Kapazität. Ich gucke erst nochmal, was es noch gibt. Strahl-Kryopolymer eingefroren. Ist eine gute Idee, oder? Für zwölf? Hm. Ja. Aktive Fähigkeit. Ich habe es jetzt als aktive Fähigkeit auf links gelegt. Reichweite von dem Strahl. Na, warten wir erst mal ab, wie es ist. Äh, alle, alle Gegner packen. Das ist eine gute Idee. 66, das kann ich haben. Gucken wir gleich erst nochmal. Was ich noch habe. Power-Schild. Gar nicht so schlecht. Energie, Waffenverbesserung, erweitern, Weitere, weitere Energiezelle, ja, alles cool, aber Kann mich gerade noch nicht entscheiden. Es gibt gute Sachen. Immerhin habe ich die Massentelekinese jetzt und das, äh, Polymer-Schild hole ich mir auch. Das ist eine gute Sache. Und dann verstärken wir das noch. Äh, bevor ich jetzt die ganzen anderen Sachen kaufe, die ich dann eh nicht benutze. Und so habe ich zwei Sachen. Das ist doch in Ordnung. 50, immer noch. Moment. Oh. Wenn der Schild bei voller Kapazität aktiviert und dann vollständig geleert wird, explodiert er, wobei Gegner mit Kampfpolymer überzogen werden, wieder aufladbare Fähigkeit. Ah, wenn ich nur wüsste, wie gut das ist, ne? Das müssen wir dann auch mal ausprobieren. Danke, HR-Lock. Okay, hier müsst ihr mir ein bisschen helfen, wenn ihr merkt, dass ich das nicht nutze. Ich will all diese Sachen mal nutzen. Die zwei aktiven Fähigkeiten kann ich mir das dann hier leider nur... Ah, okay, ich kann es mir immer nur auf eine von denen legen. Äh, dann gucken wir erst mal, wie diese beiden Sachen funktionieren. So, Polymer-Schild wäre gegnerische Angriffe ab. Das ist eine gute Idee. Muss ich nur gucken, wie genau das, dass der Polymer... Nee, es ist Eis. Okay, also man kann... Digital kann man die immer wechseln. Und da hast du Schild und Eis im Moment. Y ist der... Blitz. Na, ich glaube, damit haben wir alle wichtigen Sachen. Na, ich will die schon mal probieren. Aber ich glaube, ich würde erst mal noch weiter Nahkampf nehmen. Als Bioshock-Fan... Gleich. Ich glaube, ich will den Fabrikator. Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Luras Algorithmen wurden auf abschuldige Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Der Fabrikator ist komplett irre geworden. Seinetwegen plappert sie ekligen Sexdreck und produziert albernen Schrott statt anständiger Waffen. Oh, und bringt Leute um. Oh, ist das, wir sind unbewaffnet? Alles ist besser als nichts, oder? Ich trete einem Roboter lieber mit einer Klobürste als mit bloßen Händen entgegen. Als Bioshock-Fan von Shootern wie Singularity C3ST-Spiel ein wirklich leckeres Stück geworden, schreibt die Wintermau. Und das, die man gespielt, ist das Sahnehäubchen. Gerne. Und Lionsheart schreibt, sag, was willst du, aber ich finde, das Spiel lohnt sich allein schon wegen dem Kühlschrank. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass die Kampfmusik gerade seit Ewigkeiten weiterläuft und gar nicht checkt, dass wir längst schon weiter sind. Okay. Das bin ich mal im richtigen Moment, aber jetzt muss ich erst mal wechseln. Geil! Ah, okay, das sah doof aus, aber das Einfrieren ist eine coole Nummer. Das macht direkt Bock. Aber da fehlt noch dieses Zerplatzen, was man erwartet. Shit! Aktive Fähigkeiten zu lernen, eure Waffen zu verbessern. Ja, habe ich gerade gemacht. Und alles hier schreit förmlich, Setschenoff. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv, das Herz des Wavilov-Komplexes. Hier werden Saanproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr, auf immer verloren zu gehen. Wie dumm ich da reingerannt bin! Wooh! Schöne Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Ah! Shit! Shit! Der hat den wieder aufgebaut, die Sau. Beinahe. Das ist auch eine geile Idee. What? Das ist auch eine geile. Die Elektro-Knarre ist ganz cool. Die Elektro-Knarre ist ganz cool. Ach! Sorry! Nein! Mann! Mann! Dann kommt aber auch nichts hier! Das ging schnell. Und komisch. Aber... Da müsste ich mich ja eigentlich nur mal von der Kamera fernhalten. Aber ich bin halt... Ich habe den Loot-Blick. Jetzt hängt... Ich habe das Gefühl, er hält mich. Und wirkt mich. Und ich kann nichts daran ändern. auch lustig. Aber dann töte mich doch wenigstens schnell. Ja! 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 Ich kann mich doch nicht so gut machen! Ich kann wie gesagt nichts zu machen. Ja! Da ist offensichtlich was kaputt. Und... So! Ja! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, ich kann ja nicht alle gleichzeitig bekämpfen. Du kriegst schon auch noch was ab. Oh, so... Es mit dem Springen ist eine ganz schwierige Geschichte. Da würde ich gerne vorher mal abspeichern können. Weil man echt nicht immer racht. Wo man da jetzt am besten raus muss. Dass der auch richtig hüpft. Diese Idee hier mit diesem ganzen Polymer ist ja an sich cool. Aber wie komme ich denn jetzt von hier da hin? Das weiteste ist da. Letztes Mal war ich doch auch ungefähr hier. Oh, okay. Es könnte besser sein. Das ist wirklich schade, dass sie das nicht besser hingekriegt haben. Weil die Mechanik ist eine ganz schöne. So, jetzt haben wir wieder diese Geschichte. War es wo? Okay. Das Problem hier war... Man kann mit diesem Ding hier hochkommen, nehme ich an. Auf die gelben. Und dann hier ranspringen. Ich muss... Ah, okay. Ich habe aber hier diese Geschichte. Ja. Ja, man muss sich die Umgebung besser noch angucken. Ich bin da noch ein bisschen zu hektisch. Aber ich wurde halt auch verfolgt. Und hatte Angst um mein Leben. Okay, hier kommt man hier hoch und dann da runter. Aber ich will vorher noch mal gucken, was da unten drin ist. Absolut gar nichts. Es gibt ein Update für Atomic Heart. Das ist ja eine gute Sache. Das kann es auch gut gebrauchen. Nicht mit Robotern interagieren. Ich wiederhole es. Auf keinen Fall mit dem Roboter-Personal ein komplexes Bild. Ich weiß, dass du hier bist, Petra. Du kannst nicht entkommen. Du hast zehn Sekunden, um dich zu ergeben. Hm, okay. Ich dachte, wir sehen Petroff erstmal nicht mehr wieder. Aber das ist ja vielleicht wirklich. Gemäß den biometrischen Werten ist das Petroff. Wirklich? Schöner Scheiße. Es ist tatsächlich Petroff. Ach, ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petroff gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt, Coach, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Selchenov. Ich bin zu spät gekommen. Ach, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? Zwei goldene Ringe. Äh, nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petroff. Was könnte schlimmer sein als Petroff? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Aha. Jetzt nimmt der Plot aber auch wieder ein bisschen Fahrt auf. Gute Idee von mehr der Ideen. Man stellt sich mal vor, es gäbe ein derartiges Spiel, welches aber 100% von einer KI wie JetGPT on the fly geführt wird. Und jeder Spieler erlebt das Spiel dadurch anders und abgewandte Geschichten. Wird so kommen. Wird 100% nicht so kommen. Frage ist halt nur wann und, äh, ja. Also wie wird es aussehen? Aber das, und wie teuer wird das, wird das überhaupt machbar sein? Bandbreitentechnisch. Aber ja, es, bin auch der Absicht, äh, der festen Meinung, dass das kommen wird. Ich warte eigentlich nur drauf. So. Knapp. Knapp. Ah, zwei brauche ich. Deswegen ist vorher nichts passiert. Ja, zumindest als Textadventure kann man auf jeden Fall im Chat GPT Textadventure machen, ja. Absolut. Ich habe jetzt schon gerade Bock, eins zu entwickeln, sozusagen. Äh, das, das muss ja gehen. Daten für das interne Mikroklima des PEC4-Energie-Generators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Hm. Die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat vier Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, vier Sockel, vier Behälter. Okay. Aber ich habe ja nichts. Oh, laufe ich jetzt zurück? Hier waren wir ja schon, glaube ich. Ja, oder? Hier kamen wir nämlich, glaube ich, hier durch. Ja. Oh, das ist aber ganz gut. Speichere Dach. Autorisierung. Major Nechayev. CodeNav. Nein, dringend. Ich muss dringend mal die ganzen anderen aktiven Fähigkeiten nutzen. Ihr solltet mir das doch sagen. Irgendwas mit 21, ich habe nichts, was da passt. Doch, den. Kryostrahl. Ja, da werde ich es wohl häufiger nutzen müssen. Das Rauchen ist seit dem Krieg ein gewaltiges Problem. Und Genosse Stalin hat noch Öl ins Feuer gegossen. Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese? Willst du mich verarschen? Das ist nur meine eigene Schlussfolgerung. Das ist noch... ...nur passiert. Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. ...die man pfeifen, plötzlich schick und modisch wirken lässt. Inzwischen leidet die ganze Nation an einer ungesunden Sucht. Ich schlage vor, einen... Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier zu lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. ...speziellen Tabak auf den Markt zu bringen. Er enthält so gut wie kein Nikotin. Ist vollkommen frei von Teer. Booty, hörst du das? ... vor allem nach und nach für eine Abneigung gegen das Rauchen. Wow. Sieht aus, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Der Grund könnte eine Fehlfunktion des Schwerkraftmodulationssystems oder eine übermäßige Produktion von Polymerdünger sein. ...herzustellen und kann den gewöhnlichen Tabak ganz leicht ersetzen. Wir könnten zwei Dritteln der sowjetischen Raucher helfen, in nur fünf Jahren mit dem Qualmen aufzuhören. Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichten aus der Heimat von Dimitri Glukowski. Da gibt es, ich glaube es ist in dieser Sammlung, da gibt es zum Beispiel eine Verschwörung, eine Weltverschwörung gegen die Russen, die Wodka mit irgendwelchen Nanopartikeln versetzen, wodurch alle, die diesen Wodka trinken, nüchtern werden. Das ist eine super Idee. Weil, was macht der Russe plötzlich, wenn er nicht mehr trinken kann? Wenn er rationaler wird, je mehr er trinkt. Hilfe! Das ist eine sehr interessante Geschichte. Generell kann ich euch Dimitri Glukowski natürlich sehr empfehlen. Ist ja der Metro-Autor. Mittlerweile geschasst in Russland aufgrund seiner Bücher. Und genau deswegen sollte man ihn unterstützen. Ja, okay, du hast recht. Du fährst Elektrofahrer. Das ist natürlich ein guter Ausgleich zum Rauchen. Kabams! Oh, 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 oh. Das ging schnell. Oh, 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 oh. So, und jetzt zahlen sich nämlich die ganzen Elemente auch des Worldbuildings aus, die sie vorher etabliert haben durch die E-Mails und die, äh, ja, das sind eigentlich hauptsächlich E-Mails und die anderen Infos. Hier sind jetzt diese Pflanzen, äh, die in den Köpfen der Gegner oder der Leichen wohl irgendwas bewirkt haben. Wirkt jetzt wie zwei Katastrophen zusammen. In welcher Form die noch zusammenhängen, werden wir sicher erfahren. Aber ist schön, weil sie haben die ganze Zeit auch über diese Pflanzen geredet. Die Oma hat ja schon Pflanzen geklaut. Dann hatten sie die Warnhinweise, dass die Pflanzen gefährlich sein können und so weiter. Und jetzt sieht man, warum. Hast du gehört, was sie in der Keimungsabteilung gezüchtet haben? Angeblich eine Mischung aus Venusfliegenfallen und riesigen Schierlingspflanzen. Was soll das? Wer weiß, es gab einen kleinen genetischen Fehler und jetzt ist es eher ein fleischfressendes Tier als eine Pflanze. Sie haben sogar einen ganzen Tank PA-400 für das Ding mitgenommen. Sie hätten die Pflanze einfach sofort vernichten sollen. Die kriegen noch richtige Probleme damit. Wenn wir sie regelmäßig einsprühen, passiert schon nichts. Ja, haha. Das erinnert mich natürlich auch wieder sehr an Resident Evil, an Pflanze 42, die wir ja alle kennen. Ähm, also ich glaube, da sind schon ganz viele Parallelen, einfach aus, einfach weil es lustig ist. Wenn du schon Pflanzen nimmst, dann mache irgendeine Verbindung zu Resident Evil, weil, why not? Die Monschein-Sonate ist natürlich auch da und wir alle wissen, Resident Evil hat die Monschein-Sonate erst so richtig bekannt gemacht. Na komm, als ob ihr voll die Klassik-Fans werdet. Äh, regeneriert Energie. Nehmen wir mal die Axt gegen die. Gucken wir doch mal, wie die sind. Das wollte ich gar nicht. Wollte ich nicht nehmen. Warum hat er das denn jetzt genommen? Na gut, egal. Schöne Scheiße. Es wird immer geschissen. Also dieser Eis-Effekt ist super schön. Wie die dann zerplatzen, könnte man noch verbessern. Na komm, Schlag. Was ist denn mit dem los? Hat er Raketenantrieb bekommen? Was ist hier los? Habt ihr das gesehen? Was zum Teufel ist da passiert? Alter, ey. Oh, bevor ich hier zum Ziel gehe, gehe ich erst nochmal diese ganzen Räume ab. Oh Mann, wie viele kommen denn da noch? Zwei! Oh Mann, wie viele? Oh Mann, wie viele? Oh Mann! Alleine, dass diese Musik aus der Zukunft kommt, das alleine sollte euch schon einen Eindruck geben, was euch hier im Spiel erwartet an, ja einfach an Sci-Fi Blödsinn, der aber trotzdem irgendwie in dieser Welt voll glaubwürdig wirkt. Also es hat mich jetzt, als ich das gehört habe, überhaupt nicht groß verwundert, weil die haben halt so viele Möglichkeiten hier mit ihren neuen technologischen Grundlagen, die sie da geschaffen haben. Ernährungspolymer. Hast du das an das schwarze Brett geschrieben? Polymertechnologie hat offensichtlich zahlreiche Anwendungsgebiete, vom programmierbaren System bis hin zu stabilen Legierungen. Ein Feld haben wir bisher jedoch noch überhaupt nicht erforscht, was ich für ein Versäumnis halte. Ernährungspolymere oder genauer gesagt polymerbasierte Nährstoffträger. Man stelle sich einen Riegel oder eine Tube mit in eine Polymerstruktur integrierten Ernährungskomponenten vor. Wir könnten perfekt ausgewogene Lebensmittel erschaffen, die niemals schlecht werden, selbst ungekühlt, die eine konstante Ernährung ermöglichen, den Metabolismus fördern und vieles mehr. Soldaten, Matrosen, Touristen und natürlich Kosmonauten hätten nie wieder Probleme in Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme und dem Transport von großen Mengen an Lebensmitteln. Wenn du das geschrieben hast, nimm bitte unverzüglich Kontakt zu mir auf. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Monderde-Erfolg Werte Genossen, ich darf mit Stolz berichten, dass unsere Arbeit Früchte getragen hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Experimente zur Aufzucht von Saatgut in Monderde unter Bedingungen, die sich einem hypothetischen Mondtreibhaus annähern, waren ein durchschlagender Erfolg. Angesichts der Bedeutung und des gewaltigen Potenzials unserer Arbeit dürfen wir unsere Ergebnisse leider noch nicht preisgeben. Nicht einmal an die Mitarbeiter des Projekts, doch ihr alle werdet schon bald erfahren, welchen gewaltigen Beitrag zur Wissenschaft ihr geleistet habt. Vielen Dank noch einmal für euren Einsatz, für die Zukunft der Menschheit, Genossen und Genossinnen. Dringend! Alle Ergebnisse unserer Experimente zur Kultivierung von Saatgut in Monderde sind mit sofortiger Wirkung als Geheim-Einzelstufen A. Die haben also Saatgut kultiviert in Monderde und das ist eventuell für das Problem verantwortlich. Bis auf eine einzige Probe sind sämtliche Proben zu vernichten. Es ist untersagt, darüber zu sprechen oder zu dokumentieren, was während des Experimentes aus dem Saatgut gewachsen ist. Isolierte Proben erhalten Status Rot 3 und werden in einem versiegelten Polymerbehälter in die Akademie der Konsequenzen gebracht. Lass dir für die Mitarbeiter eine plausible Geschichte einfallen. Deswegen glaubt die Gesellschaft draußen wohl auch noch immer, dass die nicht auf dem Mond waren, trotz der Technik. Weil die das vielleicht geheim gehalten haben. Weil sie da offensichtlich Dinge gefunden haben, die sie für die Forschung verwenden. Und das erzählst du natürlich nicht allen! Ich bin ein schöner Reihe nach, ihr Drecksdinger! Ich bin ein schöner Reihe nach, ihr Drecksdinger! Hey! Kannst du... Kannst du mich bitte erledigen? Was zum... Warte einfach auf einen Sanitäter, ja? Welcher Sanitäter? Die ganze Anlage ist den Bach runtergegangen und wer weiß, wann der Rettungstrupp hier sein wird. Aber ich habe jetzt Schmerzen! Ich werde nie wieder laufen können! Was? Warum ist hier denn alles den Bach runtergegangen? Wenn sich das nur in Vaviro verereignet hätte, wären Leute von anderen Komplexen schon eingetroffen. Aber das passiert überall! Ist das nicht klar? Vielleicht kann man das Ding irgendwie anheben. Ein Moment. Wir waren zu dritt. Sie versuchten es zu heben, aber vergeblich. Ein Roboter würde es schaffen. Aber die können wir nicht mehr fragen. Alles klar. Ich lasse mir was einfallen. Beeil dich! Es tut verdammt weh! Ich würde ihm ja echt gerne helfen, ne? Ernsthaft. Hey! Kannst du... Kannst du mich bitte erledigen? Was zum... Welche... Das wird das Gehaltreich... So. Kann ich nicht einfach auf dich schießen? Er ist ja schon tot, ne? Ach, der war doch am Leben! Kann er sich nur daran erinnern, verletzt zu sein? Ich hätte nicht erwartet, dass er sich so zeigt. Was ist mit mir passiert? Was ist mit mir passiert? Scheiße! Du bist schon tot. Warte einfach ein bisschen. Warten? Auf was warten? Und was meinst du mit du bist schon tot? Hey! Erledige mich! Töte mich! Du hast versprochen! Alles klar. Ich bin weg. Meine Fresse. Da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Aber jetzt keine Zeit für deinen Scheiß. Ja, es ist halt wie... Er ist ja schon tot, ne? Ist eine ganz schön üble Geschichte gerade. Aber ich wusste es ja vorher auch nicht genau, was da jetzt Sache ist. Nee, was mach ich hier? Also, äh, ja. Ich weiß, wo es hin muss. Den Froststrahl benutzen. Das hätte geklappt. Okay, nächstes Mal. Scheiße, der Hegel dritt durch. Leck mich am Arsch. Normalerweise ist das ein ganz harmloser Vermessungsroboter. Von wegen harmlos. Was hat der denn noch für Tricks auf Lager? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Zugriff auf die Daten dieses Modells. Ich wünschte, er hätte keinen Zugriff auf uns. Ich bin ganz deiner Meinung, Genosse Major. Los, suchen wir den Behälter. Zumindest müssen wir nicht die Tür zu dieser Werkstatt suchen. Wir klettern einfach durchs Fenster. Mann, ich dachte, da wäre doch Loot. Was meinst du, wo der Behälter sein könnte? Auf einer dieser Plattformen befindet sich ein Spender für luminisierendes Polymer. Äh, suchen wir ihn. Oh. Was? Was? Oh 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 Ist der jetzt auch böse Okay, hier kann man wahrscheinlich dann so durch Da geht es vielleicht weiter Ach nee, das ist die Quelle Quelle dieser Pflanze Oder die Pflanze kann nur in diesem komischen Wasserpolymer Was auch immer das sein soll, gedeihen Die Pflanze Warum treffe ich den nie? Du Sau ey, wirklich unfassbar, der mich da runtergetreten. Das war nicht schlecht von ihm, das war echt nicht schlecht von ihm, nein, das ist bestimmt nicht gut. Das war nicht schlecht von ihm. Mist, hier ist kein Kanister. Wir finden hier bestimmt irgendwo einen. Wir haben den Verteiler gefunden, jetzt brauchen wir noch einen Kanister. Genossen, wir müssen etwas gegen die Pilzspuren in der Keimungsabteilung unternehmen. Sie haben uns mal wieder einen defekten Roboter geschickt und er ist innen voller Pilze. Das ganze Ding ist voller Mycel. Warum fühlen sich Pilze in der Polymerumgebung der Roboter nur so wohl? Wenn das so weitergeht, haben wir bald keine Labortechniker mehr, sondern Pilztechniker. Ihr seid doch klug, oder? Lasst euch was einfallen. Funktioniert dieser Kanister? Der Form und dem Durchmesser nach zu urteilen? Schon. Ach ne, Moment. Da muss ich bestimmt hier über das Ding. Könnte ich mir vorstellen. Also da so rüber. Ich gehe, es bleibt keine Zeit mehr. Ich gehe, es bleibt keine Zeit mehr. Wo war denn... Da, ne? Okay. Achso, das muss da rein. Kannister entdecken. Synthetisierende Luminopolymer. Kannister wird 35 Tage gefüllt sein. 35 Tage? Na toll, dann komme ich später wieder. Der Synthesevorgang kann beschleunigt werden. Hey, das klingt gut. Wie denn? Die Mischer, die das Rohpolymer mit Anerobenbakterien anreichern, laufen mit fester Geschwindigkeit. Wenn wir sie beschleunigen, läuft also auch der Vorgang schneller. Wo ist die Bedientafel? Okay. Gucken wir mal, ob ich überhaupt genug habe für ne Verbesserung. 74, ja. Schocker werden wir verbessern. Und, was haben wir hier? Mehr Schaden und wirft Leute zurück. Finde ich eigentlich ganz gut. Also, mehr Schocken ab jetzt. Mehr Schocken, mehr LB benutzen. Und gerne auch mal wechseln zum Schild. Und ich muss auch nochmal diese Fähigkeiten auswechseln. Weil ich habe noch eine dritte, die ich noch gar nicht richtig probiert habe. Da hat sich jetzt aber nichts, hat sich jetzt was geändert? Die sehen nicht so aus, als ob die schneller fahren. Ja, ärgerlich, jetzt weiß ich nämlich nicht, ob ich vielleicht hier irgendeinen Bug habe, dass das nicht geht. Doch, jetzt geht's. Okay. Und du? Damit habe ich das jetzt hergerufen, ne? Und jetzt fährt er wahrscheinlich weiter. Ja, lass dir Zeit. Okay, also ich muss hier alle von diesen Dingen aktivieren. Und wahrscheinlich kommt gleich noch irgendwelche Angriffe, oder? Soll ich wirklich nur hier einfach nur hier so rumfahren? Hm. Schocken, nehme ich mal an. Power. Es hat funktioniert. Das Leuchten ist sogar irgendwie schön. Achtung! Durch die ungeplante Wartung wurde der Reparaturalgorithmus eingeleitet. Vorsicht, es geht tief runter. Ich könnte mich verletzen. Verletzen? Ach du, Optimist! So bin ich halt. Ah! Oh ja, da kommen die Ersten. Natürlich. Okay, da vorne ist das nächste Ding. Ich muss jetzt erst mal ein paar abwehren. Nein! Was soll denn das jetzt? Fuck! Wie unnötig! Wie unnötig! Willens Ballern ist nicht immer die beste Herangehensweise, Major. Klar, manchmal kann man seine Ausrüstung verbessern oder die Roboter auf andere Weise in Schach halten. Brillant. Einfach brillant. Oh, komm aus der Entfernung! Oh, komm aus der Entfernung! Kann ich auch. Ich muss sagen, es ist doch... Also es hat ein paar Fehlerchen, ne? Es hat ein paar Bugs, es hat ein paar Unbequemlichkeiten. Es ist nicht immer zu 100% ausdefiniert, aber es macht mir voll Bock. Ich meine, es ist ein guter, schöner, origineller Shooter, der halt auch seine kleinen Problemchen hat. Es ist kein Half-Life 2. Es ist kein Bioshock. Aber es ist irgendwo da drunter. Und ich find's voll cool. Also mir macht das echt Laune. Bin, äh... Also ich mein, ich bin nicht enttäuscht. Ich hab schon viel erwartet und... hab zumindest vom Stil und von der Grafik, hab ich sogar mehr bekommen, als ich dachte. Aber, ähm... Vom Gameplay bin ich noch nicht so 100%ig überzeugt. Aber... Ich kann schon damit arbeiten. Oh, danke Rapid Pro! Danke! Mach weiter so! Ja, du auch! Du auch! Sind ja erst zwei Monate. Danke auch, Casey und Madnick. Oh, ich hab' ich vielleicht schon vor kurzem vergessen. Oh! Ey, der Achter ist da eine Sekunde mal nicht drauf. Die machen das schon ganz geschickt, ne? Wie die einen immer wieder dazu zwingen, dieselbe Fahrt zu machen. Aber wir kriegen jedes Mal ein kleines bisschen mehr. Nee. Ich bin in den falschen Lurch gesprungen. Das war ja der komplett falsche Schlund. Dieser Schlund tut Falschheit kund. Nicht gut. Äh, dann... Warte mal. Keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder hochkomme. Nee, das war ja auch gar nicht da. Das war eine andere Ecke. War die andere Seite, genau. Wie weit bist du im Spiel drin? Also, ich bin jetzt schon so... Ich spiele jetzt fünf Stunden. Davon war die erste Stunde sehr lange. Äh, nur Intro und, ähm, kennenlernen der Welt. Weil ich mir da auch viel Zeit gelassen habe. Also, Action habe ich seit vier Stunden. Und es ist wie alle Shooter. Nach einer Weile wird die Action so ein bisschen generisch und fast schon langweilig. Aber, ähm, es gibt genug Wechsel hier, die mich immer wieder auf Trab halten. Allerdings ist es halt wirklich so eine Shooterkrankheit, dass man so noch vier, fünf Stunden irgendwann nur noch Brei ist in der Birne. Aber ich stimme auch dir zu, mehr der Ideen. Du schreibst nämlich, ich finde, das Spiel hat irgendwie an Atmosphäre und Seele verloren aktuell. Der Anfang war gut, jetzt wirkt es irgendwie wie eine Art Portal. So vom Gefühl her, ganz komisch. Das meine ich. Es ist, es fängt sehr stark an, lässt dann ein bisschen nach, wird dann zu einem typischen Shooter. Aber ich glaube, dass sich auch nochmal was verändert, sobald wir hier erstmal raus sind aus diesem Komplex. Weil dann sind wir, glaube ich, wieder in der Stadt unterwegs und dann ändert sich vielleicht ein bisschen was. Mal gucken. Immerhin sind es nicht nur klassische Lagerhallen, in denen man irgendwie rumläuft. Oder, ne, also immer dieselben Räume. Es ist schon sehr, also hier sieht man wenigstens was, während man rumläuft. Aber es ist nicht so gut wie der Anfang. Aber ich, ich habe auch kein Problem mit einem Sieben von Zehner, solange der Rest noch ein bisschen besser ist. Also kann ich auch damit leben. Ich frage mich, ob es stimmt, was der Entwickler behauptet hat, dass man eine sechs Stunden lange Sexszene mit den beiden Roboterfrauen haben wird. Wer hat denn das gesagt? So, mach mal jetzt. Also das Spiel hat zum Beispiel, um mal ein bisschen Gameplay-Mechanik-Kritik zu üben. Das Spiel macht vieles richtig, aber eben auch einiges falsch. Was es zum Beispiel falsch macht, sind die Spielstände, die eben einen manchmal weit zurückwerfen. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr üblich. Und dann sind solche Geschichten wie hier, dass man diese Nummer hier irgendwie 3000 Mal machen muss. Obwohl man doch auch sagen muss, so spannend ist es auch nicht, jetzt hier diese Dinger abzugrasen. Also es ist irgendwie nicht, es ist nicht optimal. Es macht schon ein paar Bugs, die andere, also Fehlerchen auch. Nicht nur technische Bugs, es macht schon Fehler, die andere, ja das will ich ja gerade. Nochmal, ich meine, jetzt zum Beispiel, jetzt kriege ich gerade den Doppelsprung erklärt, den ich noch gar nicht kannte. Also es ist schon interessant. Okay, hier muss ich hin, aber vorher muss ich doch eh noch den Kram machen. Muss die doch alle noch aktivieren. Ja, dann warte ich aber erst nochmal hier. Und mach die kleine Aufgabe. Jetzt weiß ich leider... Oh, shit. Oh, ich hab ja wirklich gar keine Muni mehr. Okay. Ah, nee, komm, die Elektrowaffe ist schon mit die beste im Moment. Ja, ich würde das gerne jetzt drehen. Fast, ne? Oh, haben wir alle sogar. Aber es war doch jetzt grün, grün, rot. Na gut, aber wir haben es auf jeden Fall gelöst. Ich muss mit dem Doppelsprung gleich nochmal gucken, ob das wirklich ein Doppelsprung war, den die uns gerade beigebracht haben. DeltaFace schreibt, und der ist ja auch schon eine Weile da. Irgendwie hat man alles schon einmal gesehen, wird recht schnell eintönig, finde ich. Ich hoffe, später in der Welt kommen noch andere Mutantenmonster, vielleicht noch was Neues. Das ist auch ein kleiner Kritikpunkt. Es sind immer wieder dieselben Roboter, gegen die man kämpft. Ist natürlich verständlich, weil man ja irgendwie auch nicht jeden Gegner neu designen kann. Aber das ist irgendwie nicht genug. Es gibt bisher eigentlich nur drei Gegnertypen. Und der eine sieht aus wie sogar der andere. Der eine ist weiß, der andere schwarz. Und dann gibt es eben noch... Okay, es gibt noch die Fliegefiecher. Also, es gibt halt so vier Gegnertypen bisher und das ist einfach ein bisschen wenig. Ich glaube, damit kann man es zusammenfassen. Ah, komm! 10 Sekunden, wir fühlen uns das. Schon besser. Angenehme Beleuchtung in der Ferne Summe der Pcellas. Wie romantisch. Angenehme Beleuchtung in der Ferne Summe der Pcellas. Gas kommt in der Ferne. Bildfred нам Foundrat. Bis Kai sch Inte Can изям. Du kannst den Kalister jetzt nehmen. Oh, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ja, endlich! Auch mit diesem Druckergeräusch. Irgendwie lustig. Du überschaltest deine Befugnisse. Oh, jetzt habe ich die Befugnisse. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich höre doch noch einen. Na egal, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da darf man nicht drüber? Okay, das ist super kalt. Genosse Major? Ja? Hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, das ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn leben fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? Äh, zwei Jahre? Vielleicht etwas mehr? Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du nichts konntest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Lügt das nicht auf der Hand? Nun, Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft. Das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuro-Polymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Ja, da ist was dran. Ja klar, wenn du es so sagst. Ähm. Neokartoffelkäfer. Die Experimente waren ein Erfolg. Gemeinsam, auch wenn wir natürlich mehr geleistet haben, haben Gruppen aus Wabilow und Pavlov eine neue Spezies des Kartoffelkäfers gezüchtet. So bekämpfen wir Feuer mit Feuer. So nennen wir sie übrigens Feuerkäfer. Der neue Parasit frisst nur schädliche Pflanzen wie Traubenkraut, Schlagkraut, Wermut und Bärenklau. Letzteres ist persönlich. Das Zeug hat mein Hund getötet. Aufgrund der toxischen Substanzen im Körper des Käfers fressen Vögel ihn nicht. Es schadet also dem Ökosystem nicht, ihn einzuführen. Darüber hinaus können die Käfer sich nicht fortpflanzen und sterben nach einer Jahreszeit. Wir brauchen also keine Pestizide und andere schädliche Substanzen mehr. Ein Parasit frisst den anderen. Fantastisch, oder? Ich hab das Gefühl, das deutet nur auf den nächsten Gegnertyp hin. Ich habe größten Respekt vor der tschechischen Möbelfabrik, doch ich habe eine fantastische Idee. Nutzen wir die Einrichtungen in Wabilow, um eigene Möbel zu bauen. Wir haben in letzter Zeit viele neue Gefangene bekommen, die alle einigermaßen kompetent sind. Und sie entsorgen ständig Fichten und Birken, die der Inspektion nicht standgehalten haben. Als Büroleiter schmerzt mich das. Für euch Wissenschaftler ist es vielleicht nur überschüssiges Holz. Doch für mich ist es vergeudetes Potenzial. Wir könnten die gesamte Anlage mit eigenen Möbeln aus einzigartigen Spezies versorgen. Eine wunderbare Idee. Ne se pas? Zudem hätte jedes Möbelstück, was die Franzosen La Exclusive nennen. Okay. Große Einrichtungsträume bei der Konzernleitung. Zusammenstellung von Dokumenten. In der Amazonasregion herrscht eine schwere Krise. Durch die industrielle Rücksichtslosigkeit der Kapitalisten stirbt der Regenwald des Amazonas mit erschreckender Geschwindigkeit ab. Genosse Wabilow hat mir aufgetragen, ein Komitee zu bilden, um das Problem zu lösen. Unser momentaner Vorschlag lautet, schnell wachsende tropische Bäume mit stabileren Wurzeln zu entwickeln. Das Wichtigste an diesem Projekt ist die Geheimhaltung. Für gewöhnlich geben wir für unser Leben gerne von der gesamten Welt damit an, wie wir unter entwickelten Ländern helfen. Doch wir müssen diese potenzielle Katastrophe ohne viel Aufhebens abwenden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, hier waren wir auch schon, oder? Ich weiß, weil die Kiste, die ist doch eigentlich dann zu. Also warum bleibt die dann offen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, nee, hier war ich noch nicht. Elektro-EMP-Generator. Okay, den wollen wir uns doch mal holen. Ach, jetzt ist aber mal gut. Eine gestörte Blechbüchse reicht mir. Ich wusste, du würdest mir treu bleiben. Zieh den Handschuh aus, dann sind wir für immer zusammen. Darauf würde ich nicht warten. Also, warum ist diese Birke so wichtig? Sie ist überhaupt nicht wichtig. Du musst sie aufwärmen, kannst sie aber ignorieren. Sie ist ein dummer Baum, nicht wie ich. Schöne Scheiße. Wenigstens redet der Baum nicht. Ohne mich wärst du einsam, Süßer. Hm, wäre ich das? Dafür habe ich jetzt meine goldene Axt eingetauscht gegen dieses komische, grobmotorische Amateur-Schlaggerät. Na gut. So, wir müssen auch mal eine der aktiven Fähigkeiten gleich, ähm, mal austauschen. Die haben wir alle, Charakter-Erfrierung, genau. Hä, Moment. Ich dachte, das haben wir schon. Ja, das haben wir, genau, haben wir ja auch schon. Okay, aha. Okay, das haben wir auch schon verstärkt. Wir haben eh nur 19. Das reicht wahrscheinlich gar nicht für viel. Oh, das war's. Kampfpolymer kann entzündet, elektrifiziert oder eingefroren werden. Also, wenn man erst das eine und dann das andere macht. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ähm, dann werde ich hier mal installieren. Und zwar statt des Schildes. Ja, sonst gibt's für mich nichts. Okay. Also, erst den Polymer und dann digital einfach umschalten. Das ist ganz cool gemacht, dass man die so einfach kombinieren kann. Okay. Okay, hier durch, ne? Hier kamen wir her. Ja. 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 Okay. Okay, das ist auch wichtig. So, das ist ja noch her. Das ist ja gut. Ja. Also, das ist ja gut. Wie ist denn? Wie ist denn? Wat hier ist denn? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin nicht. das hat schon mal ganz gut funktioniert kommen sei lieb die heizkessel stehen kurz vorm platzen was sollen wir tun ja einfrieren das geht also auch okay jetzt mal kurz probieren das muss doch helfen oder nicht scheinbar nicht der heizkessel ist zu heiß zum anfassen ich muss ihn irgendwie von innen kühlen komme ich in das rohr irgendwie muss ich das da reinbringen hier ist der schlauch über schlauch geht's auch scheiße da aber nicht so okay dann gehen wir dem anderen ding hinterher oh man das sind aber viele okay ich muss die irgendwie irgendwie da reinbringen dieses schlauchsystem ich finde es ganz gut da ich gerade mal nicht angegriffen werde ja schon wieder zu spät nee scheiße er ist auch geil hey lass mich doch kurz mal deine kollegen angucken die axt ist auf jeden fall besser alles auf axt also der ist mein liebling dosen bot ach herrlich crazy shit benennung neue pflanzen wen interessieren schon mars nicht mal in ruhe seine e-mails kann man lesen wen interessieren schon mars kartoffeln oder mondweizen all diese namen sind unglaublich langweilig und auch wenn es mir keiner glaubt das ist wichtig was wenn wir in ein anderes sonnensystem fliegen oder so etwas ich kenne mich nur wirklich nicht aus und unsere wunderbare völlig unwählerische sonnenblume dort auf einem planeten pflanzen nur ist hier dann gar keine sonnenblume mehr weil es keine sonne gibt also ist jetzt eine aldebran blume hast du schon mal einmal daran gedacht und wir sollten auch über blaubeeren nachdenken da sie auf dem mars nämlich gar nicht blau sein werden wir könnten sie rotbeeren nennen aber das klingt nicht gut und pinkbeeren klingt einfach nur merkwürdig wawilow hat mein projekt beendet hat einfach den stecker gezogen weil es angeblich unlogisch sei und die priorität auf form statt substanz lege ist das zu fassen wenn wir sprossen herstellen können warum müssen wir dann ganz gewöhnliche kalte und hitzeresistente flanschen züchten wenn wir neue welten besiedeln wollen sollten die vielleicht doch neue pflanzen dort neue pflanzen erschaffen ich liebe unsere russischen birkenwälder natürlich aber wenn ich nach sagen wir kuba fliege dann bin ich palmen und schilf sehen einfach etwas neues wir sollten auf dem mars keine beschissenen apfelbäume züchten sondern marsianische koryfantakakteen oder elektrischen weizen wir haben die chance eine völlig neue einzigartige welt zu erschaffen und züchten kohlköpfe also bitte bitte sorgfältig lesen das ist kein witz als ich gestern organischen abfall entsorgt habe befanden sich darunter auch mehrere schweinekadaver die bei experimenten in der sprossen züchtungskammer gestorben waren wir haben uns heute noch einmal die aufnahmen angesehen um zu sehen wohin die wo was unterwegs waren ich habe festgestellt dass die schweine aufgestanden und durch die kammer gewandert sind und sogar versucht haben hinaus zu kommen als ich ankam waren die kadaver leider schon gefressen worden vielleicht gibt es etwas was wir über die sprossen noch nicht wissen ich bestehe darauf dass wir den zwischenfall untersuchen das waren mal interessante texte die haben mir gefallen ist aber leider seltener 0 0 Oh nein! Dieser dämliche Bug! Ja, leider müssen wir neu laden. Ach, ärgerlich. Ach, das war ein weiter Weg jetzt. Moment. Da war die Tür. Ich kämpfe mich jetzt schnell wieder runter. Wir gehen, richtig? So ist es. Dazu führt, dass ich nicht weiterspielen kann mit dem Bug. Eine Krymopolymer gefüllte Kerze, die in Hochtemperaturhöfen die Temperatur verringern und den Druck aufheben. Okay. Ich habe die Öffnung gefunden. Wie komme ich in das Rohr? Ja. Wo warst du denn jetzt her? Was mache ich jetzt? Das Zeug selbst zum Heizkesselsladen? Das Zeug ist zu heiß zum Anpassen. Ich muss ihn irgendwie von innen kühlen. Aber ich dachte, habe ich das nicht eben schon gemacht? Oder habe ich den gefallen gelassen? Nö, ich habe den schon da reingeschluppert. Danke, Mr. Zylinder85. Witzig. Nee. Da. Genau. Ah, okay. Okay. Das ist ja schon mal. Das ist mir leid. Aber ich brauche es einfach ausdränglich. Das verstehst du doch, oder? Du bist eine Maschine. Also. Ich brauche mich mit dir zu, aber ich brauche es einfach zu drängern. Was ist denn dein Los im Leben? Menschen zu dienen, oder? Tja, ich habe früher auch gedehnt. In Deutschland und in Berlin. Aber nicht für eine glänzende Medaille. Wir haben für die Gleichberechtigung gekämpft. Dafür, dass jeder dieselben Rechte und Pflichten hat. Dafür, dass alle Gleichseiten können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gut, dass die Öffnung des Rohrs nebenan liegt und nicht hinten bei der Birke. Äh, da lang. Okay, ich habe auf jeden Fall einen neuen Nahkampfangriff. Ach ja, ich habe ja noch, äh, auch da drüben noch einen liegen. Ich muss ja, muss ja gar keinen. Wer denkt sich so ein Scheiß aus? Ja, das frage ich mich auch. Besoffene Russen. Wir machen das, damit wir den Wavilow-Komplex verlassen können. Aber warum kann ich nicht einfach, naja, durch eine ganz normale Tür gehen? Leider haben wir hier gerade nur eine unnormale Tür zur Verfügung. Immerhin sind sie selbstkritisch, die Entwickler. Ich glaube, der erste Schritt zum Erfolg. Nee. Nee. Das müsst ihr gerne noch aus. Ich bin ja, das Scherz da machen. Ich glaube, ich bin ja, das ist der Grund. Ich glaube, wir müssen das nachher gezogen. Also. Jetzt sind sie. Ich glaube, ich bin ja, das ist der Grund. Ich bin ja, das ist der Grund, der Grund ist. Was ist der Grund, der Grund? Das ist der Grund, der Grund, der Grund, der Grund, der Grund hat sich. Okay, hoch. Was? Das Miststück retten, dank dem ich knietief durch Blut und Gedärme warte? Was soll das? Der Verräter Petrov hat Dr. Filatova nur benutzt. Sie wusste nichts von den wahren Absichten und der Verderbtheit dieses mordenden Irren. Sie muss vor ein Gericht gestellt werden. Zu gut für Sie. Das steht ihr zu. Dr. Filatova ist eine anerkannte Neurochirurgin. Dr. Setschenov vertraute ihr die Kollektivforschung zur Verbindung von Mensch und Roboter. Wozu dient die Hitzewerkstatt? Hier werden hitzeresistente Polymere hergestellt. Aber in erster Linie widmet sich die Forschung der Zucht hitzeresistenter Pflanzen. Schau an. Die Polymere hier werden mit den ätherischen Ölen des Cactus Cacta kei kereros angereichert. Dank der Polymere können Pflanzengruppen gezüchtet werden, die an hohe Temperaturen angepasst sind. Wollen Sie die Wüste begrünen oder was? Nur was in der Art. Sie wollen den Mars-Terraform. Also irgendwie muss ich da hochkommen und dann rüber. Hier war ich ja glaube ich schon mal, oder? Ja, hier waren wir ja schon mal. Und vielleicht... Ja, mal gucken. Das war falsch, oder? Ja, das war falsch. Verdammt. Das macht das Spiel ganz gerne einen so ein bisschen wieder an den Anfang führen. Obwohl man doch nur gucken will, ob da ein geiles Loot-Item ist. Okay, also muss das Rätsel in diesem Raum doch weiter zu finden sein. Da. Natürlich. Hm. Was genau ist das hier? Kann ich da drauf hüpfen? Oder? Es gibt wirklich... Es gibt keinen Doppelsprung. Aber es gibt irgendeine Geschichte, wenn man rennt, glaube ich. Sobald sich die Temperatur normalisiert hat, werden die Behälter automatisch befüllt. So, dann wären wir hier doch fertig, oder? Sehen wir zu, dass wir zurückgehen, bevor es hier auch wieder losgeht. Mir etwas zu essen holen. Willst du auch was? Was wissen wir über Petroffs Freundin, Charles? Meinst du Dr. Filatova? Habe ich doch gesagt. Warum auf einmal so Wortkark? Kennst du sie? Dr. Larissa Filatova arbeitet seit vielen Jahren mit Dr. Setschelhoff zusammen. Er hat ihr mit gutem Grund einen der wichtigsten Aspekte von Kollektiv 2.0 anvertraut. Sie hat die Stelle des verstorbenen Cheriton Sakharov eingenommen. Wer ist Sakharov? Ordentlicher Professor der Medizinwissenschaft, anerkannter Neurochirurg und einer der Wissenschaftler, die die braune Pest besiegt haben. Außerdem war Cheriton Radionovic Sakharov Dr. Setschelhoffs extra Freund und zuverlässiger Kollege. Sie haben Anlage 3826 gemeinsam ins Leben gerufen. Ja, ist ja gut. Und Filatova? Sie ist eine talentierte Neurochirurgin und war Studentin und Assistentin von Genosse Sakharov. Nach dem Tod des Professors hat sie seine Arbeit weitergeführt. Aber jetzt ist sie eine kriminelle und Vaterlandsverräterin. Verstehe. Wirklich schade. Sie ist irgendwie niedlich. Okay, jetzt müsste mir trotzdem noch mal jemand sagen, wo ich noch mal weiter muss, ne? Das ist ja alles recht groß. Was weiß ich denn, wo die Pestizidwerkstatt ist? Oh, vielleicht sollte ich auf die Schilder gucken. Oh, die Schilder sind doch wursisch. Hitzewerkstatt, Algenwerkstatt, Pestizid- und Kältewerkstatt. Da müssen wir hin. Oh ja, hier. Das sehe ich doch. Danke, Smegmore, der Schleimige. Auch danke für dein verschenktes Abo. Wascht euch die Hände danach, wenn ihr das Abo angenommen habt. Ein Jammer, dass es so enden musste. Niemand hatte damit gerechtet, dass so etwas passieren könnte. Niemand! Es hieß immer, zu den Sternen, strahlende Zukunft. Doch jetzt kann ich nur noch hier rumliegen und über alles nachdenken. Nicht mehr lange. Ganz schön lange. Scheint dich nicht so mitzunehmen. Wozu auch? Mein Bedarf an Aufregung und Geschrei ist gedeckt. Gesunde Einstellung. Ich rastete aus. Ich fluchte. Ich sah entsetzte, sterbende Menschen. Am meisten fürchteten sie sich nicht vor den Robotern, die sie abgeschlachtet hatten. Sondern vor mir, wie ich tot danach und redete. Was glaubst du, warum das so ist? Weil es echt unheimlich ist, mit einem toten Mann zu reden. Ach, du meinst, warum ich rede? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das gut finden soll. Ist ja alles auch egal. Wie bist du in diesen Gang gekommen? Ich erwischte es als erst. Laborroboter Nummer 42 war der Inge-Täter. Ich wollte gerade Kaffee holen, als er mich am Hals packte. Und den mir umdrehte. Genau hier. Kannst du mir irgendwas sagen? Wie hat das alles angefangen? Es ging alles so schnell. Es war unerwartet. Und sehr blutig. Du kannst ja von Glück reden, es sind nur noch wenige Roboter übrig. Doch am ersten Tag wimmelte es hier nur so von ihm. In jedem Gang schrie jemand, starb jemand. Und wohin sind die Roboter gegangen? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich wohl über die Anlage verteilt. Ich vermute, dass sie durch diese Tunnel gegangen sind. Einige wurden ausgeschaltet, aber der Rest ist immer noch da draußen. Und wartet auf Opfer. Na, ich muss los. Verstehe. Bis dann. Verstehe. Bis dann. Der hat sich gut damit abgefunden. Mehr der Ideen schreibt es... Das muss eben dein Fehler sein. Setschen auf, hätte damit rechnen sollen. Rechnen müssen. Da bin ich mir sicher. Ganz kurz. Ich gehe mal um die Ecke. Ich will in Ruhe nachdenken. Mehr der Ideen schreibt es, sind aktuell nur große Minigameräume mit immer denselben Robotern zwischendurch, oder? Ja, das... Wenn man es jetzt... Also könnte man so runterbrechen. Dazwischen ist natürlich auch ein bisschen Exposition und auch ein bisschen Story wird weitererzählt. Ab und zu hat man auch einen guten Monolog oder Dialog mit der Hand, also mit dem Handschuh. Aber ja, es sind schon wirklich eher Räume mit Monstern drinnen. Da erwarte ich auch noch ein bisschen mehr. Mal gucken, was noch kommt. Aber es macht schon Spaß. Aber es ist halt, wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht, dann wäre es echt verschenkt. So, schon im Besitz, schon im Besitz. Die habe ich ja schon alle, ne? Das Ding habe ich, Elektrofuchs habe ich genau. Schwede habe ich auch sehr. Die alte Waffe, PM, ist... Die habe ich noch gar nicht richtig... Die Pistole, ne? Die ist jetzt ein bisschen besser. Und hier habe ich noch... Alter, es gibt schon einige Waffen. Guckt euch das mal an. Nicht so wenig, wie ich gedacht habe am Anfang. Man muss die Waffennummer verbessern, ne? Hersteller, Verbrauchsobjekte... Oh, das ist eine gute Idee. Ja, hier seht ihr, wie viele Ressourcen ich habe. Habe ich sie erstellt? Nee, jetzt. Ist okay. Das sollte man immer haben. Energie. Ah, Mann, ich wollte doch noch... Wollte doch noch was machen. Ja, ansonsten haben ja doch einige Leute hier auch Spaß damit. Das freut mich sehr. Sullivan70 wollte ich noch grüßen und bedanken für dein Abo. Reichweite vergrößert, naja. Mehr Schaden, jawohl. Also ich nutze Elektro schon häufig. Die Erfrierung war auch cool. Gerade die Kombination mit dem Polymer und so ist schon gar nicht so schlecht. Ja, ich brauche eindeutig mehr Punkte. Ich habe nicht genug. Aber... Ich würde gerne nochmal hier oben gucken. Genau, Munition. Was ist hier? Kartuschenwaffen, Feuerkartusche? Okay. Ähm, Schrotflintenpatronen. Jawohl, alles. Alles in Schrotflinte. Gut. Die Schroti ist nämlich echt nice. Ähm, gerade nochmal gucken, ob ich bei der jetzt auch noch was verbessern könnte. Wahrscheinlich habe ich nicht die... Kann ich die Fähigkeiten jetzt... Habe ich alles schon verbraucht, wahrscheinlich. Ah, okay. Hier, Lauf. Krass. EM-Störung. Auch gut. Erhöht Schaden gegen Roboter. Krass, so läuft das. Okay. Ah, nicht genug. Okay, nächstes Mal. Ja, okay. Das sind geile Sachen. Also da werde ich auf jeden Fall in Zukunft einiges damit machen. Mal gucken, was kann ich denn... ...an der... ...am Fuchs noch verändern, vielleicht. Abgefahren eigentlich. Finde ich schon cool. Ich finde das voll cool, was man hier alles machen kann. Ah, nicht genug, natürlich. Okay. Ich muss erstmal wieder Ressourcen finden. Ein Schuss. Was ist das? Der Fuchs. Geil. Okay. Danke auch, Mr. Bloop. Ah, ich kann das Ding... Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Ja, und die Kuh hier gefällt mir auch. Schön im umstoßsicheren Aquarium. Okay, die Sprossen sind also durchgedreht. Ich habe das Gefühl, wir bekommen jetzt in diesem ganzen Labor auch mehrere Gegnertypen immer präsentiert. Die Zombies, die Sprossen, Hühner. Ganz wichtig an der Stelle. Chicken Feet. Schönes... Schönes Horrorspiel. Chicken Feet. Guckt es euch an. Ist in meinem YouTube-Feed zu sehen. Au, der will das Auge haben, ne? Der hätte das gerne haben. Der will das lutschen. Schön, die... Auge ist ja auch nur eine Weintraube. Es ist nicht ratsam, ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Zu spät. Oh, okay. Also ihr Kopf ist mittlerweile wie eine fleischfressende Pflanze geworden. Ah, Neolova ist unverzüglich zur Behandlung ins Krankenhaus des Pavlov-Komplexes zu bringen. Ich frage mich, ob wir die nochmal sehen, so häufig, wie die erwähnt wird. Dringend! Genosse Sonoturin, mein werter Kollege. Wir hatten bisher noch kein... Oh, komm. Muss ich mir das jetzt auch hier anhören? Sind wir plötzlich in Kalisto-Protokoll? Genosse Sonoturin, mein werter Kollege. Wir hatten bisher noch keine echte Gelegenheit, uns kennenzulernen. Doch ich versichere dir, wenn du das Theater unter meiner Führung besuchst, wirst du den Namen Lastoschkin nie wieder vergessen. Ich möchte dich um einen kleinen Gefallen bitten. Könntest du uns einige deiner faszinierenden Blumen schicken? Dem Theater fehlt ein wenig Grün und es könnte noch etwas mehr Exotik vertragen, wenn du verstehst. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr jetzt kriechende Büsche habt. Ein Dutzend davon wären toll. Ich zeige mich auch erkenntlich. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Lastoschkin. Glückwunsch zur Beförderung, Genosse Sonoturin. Stellvertretender Direktor des Pavlov-Komplexes. Das ist eine sehr wichtige Position. Im Augenblick ist es unser primäres Ziel, das sowjetische Volk mit genügend Nahrung zu versorgen, was große Aufmerksamkeit erfordert. Doch schon sehr, sehr bald werden die ersten Schritte der Menschheit ins All ebenfalls hier beginnen. Als herausragender Botaniker bist du federführend dafür zuständig, ganze Systeme von Pflanzen zu erschaffen, mit denen man die Oberflächen anderer Welten terraformen kann. Genosse Setschenov und ich haben uns vorhin unterhalten und sind beide sehr erfreut, dass du zu uns gestoßen bist. Ähm, äh, weißt du, Vic, wir wollen nicht einfach nur auf dem Mond Mais anbauen. Wir wollen von einem größeren Apfel abbeißen auf dem Mars. Ich habe keine Zeit zu tippen, also nehme ich das einfach auf einem Stär-Stär-Stär-Stärber auf. Gut. Ich möchte dich um einen persönlichen Gefallen bitten, Vic. Der Pavlov-Komplex steckt gerade mitten in einer großen Polymer-Studie. Und auch wenn es trivial klingt, sie haben nicht genügend Versuchsstandorte. Könntest du einer kleinen Abteilung irgendeinen abgelegenen Flügel überlassen? Sie müssen nur beobachten, wie Tiere sich in einer Polymersuppe verhalten. Streng geheim, versteht sich. Aber in eurem Komplex ist ja alles streng geheim, nicht wahr? Der Pavlov-Komplex schickt euch das Polymer zunächst in Fässern. Wir bauen eine Rohrleitung, sobald das Finanzministerium sie bewilligt. Danke im Voraus. Wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzfegen von anderen Tieren. Amnam. Natürlich. Okay, das sind die Quellen. Eine Seekuh. Interessante Fische in dem Aquarium. Das Huhn? Ich lasse das Huhn in Frieden. Verdammter Pisser! Dr. Scheiße! Aber sie sind schon, ähm, die verbrauchen zu viel, als dass man die mit der Schrotflinte machen sollte, wenn man sie schon eingeeist hat. Ich nähere mich nun dem Huhn. Ah, was ist das für eine Riesenscheiße. Will ich mir das ein- oder schicken, die Kollegen aus Pavlov und Nuschraut? Du kapierst das einfach nicht. Wir haben da andere Polymere mit anderen Eigenschaften. Wir züchten hier Eigenschaften zu Polymeren. Die Kollegen schneiden sie hinein, verstehst du? Werd jetzt mal nicht zum Klugscheißer. Sonst, naja, Mediziner non Karkos... Was? Ich? Der Rechner hat dich mit dem Leiter dieses Labors verwechselt. Du musst erst, weißt du? Ja, ist klar. Ach, scheiße. Ich schalte mein Schäbeter einmal aus Versehen mit dem Ellbogen an. Hoffentlich wird die Funktion bei der nächsten Aktualisierung entfernt. Ich hoffe, ich hab da nichts durcheinander gebracht. Ich hab's nicht mal verstanden. Ja, jetzt geht es mir schon besser, aber die Oper bringt mir immer von mir, ja. Also, in der Aufstieg, Tag 783. Wo war ich? Ach ja. Zuerst fand ich es sehr schwierig, diesen Liebeszyklus... wie sie es nennen, zu ignorieren. Aber dann wurde mir klar, dass es sogar ein Art Kurs ist. Liebeszyklus. Wie kommen sie überhaupt auf sowas? Unsere vorgesetzten glauben, dass Propaganda in Produktivität erhöht. Dann sind ihre Angestellten für sie also nichts als gedankenlose Schweine, so wie diese Tiere. Das ist ein Töte. Das ist nur die Aufrechterhaltung des Lebenszyklus. Weißt du was, Oliver? Selbst wenn wir nur Schweine sind, wer hat uns das Recht gegeben, die anderen Schweine zu behandeln, oder? Es tut mir sehr leid an dich, wirklich. Weiß Gott, du bist ein Helden, wo du gestorben hast. Ich denke sogar daran, dir ein Ding mal zu brauchen. Das mache ich auch, versprochen. Manchmal glaube ich, dass bei klassischer Musik die Krämpfe selbst eine Hand, Todestanz werden. Schließlich wird da ständig neue Schweine geboren. Doch stirbt dasselbe Schweine immer wieder. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Ach, zur Halle damit. Ich sollte auf eine Versetze bitten. Wenigstens vorüber. Nein, wir nehmen die Toten weg und nicht diese Augen, aber gut, ich halte sie aus. Okay, also geklonte Tiere werden hier in dieser Polymerflüssigkeit gelagert oder ernährt. Das Ziel ist eben scheinbar auch hier wieder, sie auf dem Mars auszusetzen oder so. Ich würde trotzdem gerne wissen, wofür diese Regler sind. Und trotzdem auch das gerne mal hier anmachen. Nee, irgendwas ist da noch nicht in Ordnung. Da steht einer. Ja, aber ich meine, ich entferne mich ja immer weiter von dem eigentlichen Ziel. Ich musste schon holen, aber ich frage mich gerade im Moment, den kill ich noch. Vielleicht geht's ja jetzt wieder. Irgendwie will er, triggert er halt die nächste Geschichte. Ja, huhn, huhn. Zwei Hühner. Zwei Hühner. Das dreht sich. Das müsste es sein. Ja. Zwei Rind, zwei Schwein. Nehmen wir erstmal die zwei Schweine. Die habe ich noch gar nicht gedreht. Das Ventil ist angebracht. Das Witzige ist, dass der Protagonist selbst so klingt, als sei er gelangweilt vom Gameplay. Da muss ich sagen, das stimmt. Das habe ich mir eben auch gedacht. Das ist aber auch irgendwie lustig. Es ist ein bisschen wie dieser, wie der Doom Slayer. Wenn der halt, wenn dann ihm was erklärt werden soll über die Backstory und er das immer so wegdrückt und draufhaut und kein Bock. Hör auf mit der Story. Alter, gib mir einfach Reaction. So, nur anders ist es hier. Halt einfach schön selbstreferenziell. Ich muss aber sagen, ich persönlich mag solche Geschichten. Ich gucke mir das hier schon gerne an, muss ich sagen. Aber, ähm, ich verstehe auch, wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht spannend genug ist. So, eine Kuh. Aber ich gucke mir sowas gerne an. Ich habe auch so mal gefeiert, weil da eben auch schön, ähm, viel zum Angucken war. Ah, okay, nee, das war die falsche. Alter, was denn jetzt habe ich die gerade alle getötet? Das ist der Standort mein Herstellungsverfahren. Daher stammen die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? Das ist ja keine Ahnung, wie viel Glück du hast. Und er muss zugucken. Das ist ja riesig. Ich habe noch nie so viele Pflanzbehälter auf einmal gesehen. Hier züchten sie die Pflanzen, die zum Terraformen von Mond, Mars und Venus dienen sollen. Aber es funktioniert nicht mal ansatzweise. Wir müssen die Bedientafel finden. Später. Später, mein Schatz. Was bedeutet das hier mit dem Symbol? Muss das nach unten? Und verteilt es sich dann anders? Ja, okay. Dann muss ich nochmal gucken, ob sich das dann da vielleicht nochmal... Nee. Aber interessant. Jetzt kann ich den nach unten noch machen. Aha. Das ist der Einzige, der das hat. Also unten ist, glaube ich, schon richtig, würde ich jetzt mal sagen. Damit haben wir ja immerhin zwei schon. Wie kriegen wir jetzt hier nochmal einen Dreier draus? Das war ja... Plus, plus, plus. Ergibt plus. Plus, plus, minus. Ergibt minus. Und minus, plus, minus. Ergibt plus. Aber... Ich kann immer noch nicht richtig erkennen. Steht hier irgendwas drauf? Wo ist denn plus? Oder muss man das halt eben selbst herausfinden? Weil viel ändern kann ich jetzt hier auch nicht. Und das sind ja alles dieselben Laser, oder? Ich meine, die machen jetzt nichts groß anders. Ich würde schon sagen, dass das richtig ist. Aber dann müsste ja irgendeins davon jetzt auch mal gehen. Naja. Das ändert alles nichts. Okay, das ist interessant. Also. Der geht jetzt nicht. Aber warum geht der und der geht nicht? Nee, dann habe ich... Was ist denn jetzt anders? Aber jetzt war es doch blau... Na gut, egal. Beim nächsten Mal werde ich es rauskriegen. Na also. Und wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Krymopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt... ein bisschen zu einfach. Wir haben Gesellschaft. Wusste ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Weißer, was ist damit? Was soll ich tun? Der Behälter wird nur mit viel zu lange, in der Werkstatt eine optimale, niedrige Temperatur herrscht. Die Ventilatoren leiten kalte Luft in den Raum. Sie müssen weiterlaufen. Und pass auf, dass die Sprossen nicht in die Ventilatorblätter geraten. Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Scheiße, der Ventilator hat es abgeschaltet. Versuch es mit Schock, um ihn neu zu schaffen. Versuch es mit Schock, um ihn zu schocken. Kasapp, um ihn zu schocken. Versuch es mit schocken. Versuch es ist mit Schock, um ihn zu spazien. Es liegt ganz tief, um ihn zu machen. Versuch es mit Schock, um ihn zu schocken. Hammort universell öffnen muss. Gerás zwar mit Schock. Du Cap. Muss ich aber raus. Oh, krass, dann lass mich zur Verfügung. Let's bergen, wenn ich zurück pressures mit ris 37-30- urste. Ge victory haben. Ab werde ich schocken, um ihn zu kaufen. Einen hack как beiży你 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das ist der Scheiße. Fehler, ich hänge fest. Wow, was geht denn hier ab? Das kann der? Das ist der Scheiße. Noch einer! Das ist der Scheiße. Was glaubst du so? Ja! Ja! Woo! Okay, okay! Okay. Okay. Das ist der Scheiße. Es ist eine Pflanze. Zum Glück habe ich Schrotflintenpatronen gekauft. Das ist der Scheiße. 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 Ich muss besser schießen. Ich brauche eine Waffe. Eine, die schießt. Davon brauche ich sehr viel. Ja. Wenn ich da noch Platz habe, nehme ich gerne auch ein bisschen Munition. Bitte Vorgang auswählen. Was zum lager hinzugefügt ja wo ist denn dann der ganze geile scheiß den ich mir geholt habe Wo ist denn das lager lager okay da ich hab die ja gar nicht benutzt Papa warum kann ich nicht ballern bewegen bewegen alle noch da ach so weil ich zu viel kram ab alter okay Gut Ich mach mal damit ich die waffe nicht die ganze zeit umsonst Dabei habe muss ich glaube ich mal auch dafür munition holen Glav kalasch patronee ist die falsche wo sind ich habe die baupläne nicht ärgerlich Kartuschen habe ich auch nichts verbrauchsobjekt habe ich nur das ja okay krass Na gut Geil leute nur noch ein von den behältern Und dann sind wir zumindest aus diesem areal auch raus Dann würde ich wahrscheinlich aufhören aber so viel machen wir noch Nee okay da lang Gerne sehr gerne gehe ich da woanders lang Ihr habt es ja mit euren verdammten kanistern Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein Nun das ist tradition Tja vielleicht solltet ihr mal eure traditionen überdenken Wenn ich auch nur noch ein kanister sehe Ich kann ihn so gut verstehen Okay Soll ich da dran hüpfen oder runter hüpfen Ich will nicht sterben und schon gar nicht an so einer dummen geschichte Irgendwann kam er Ja Matrix Ich bin Matrix Du bist der Typ mit dem Schnurri Schnurrbot Ich hab den Fehler wieder Ihr blöden Plunzköpfe Das gibt es ja nicht Wie oft mich dieser Bug jetzt schon um meinen Spielstand gebracht hat Das gibt es doch nicht Nichts wie raus hier Ach was Endlich Ihr habt es ja mit euren verdammten kanistern Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein Nun das ist Tradition Tja vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken Wenn ich auch nur noch ein kanister sehe Ich finde das sehr lustig Okay Und grabschbar bin ich Oh ein roter Weg 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 Da hab ich vor Schreck meine ganze Ladung verballert und damit meine ich schon die Ladung in meiner Hose habt ihr ja gesehen Vor Schreck ejakuliert Angst ejakulation Die letzte Verteidigungslinie des Simon K Lustig Jemand sagt hinter den Kisten wäre noch was Wir haben eine Polymere Ich bin ein roter Hast du das gehört? Ich höre alles, was du hörst, Major. Also, was meinst du? Schöne Scheiße! Ruhe, verdammt! Da vorne lauert irgendwas Gefährliches. Und außerdem ist das mein Spruch. Richtig. Aber wir brauchen immer noch den Behälter mit Pestizidpolymer. Simon, Frage! Wer ist alles bei Forrest? Ich weiß es nicht. Du, du könntest ihn jederzeit aufwecken. Wenn die Pestizide in zwei Stunden kritischen Tiefstand erreichen, wacht er auf. Verstehst du? Ich brauche ein Behälter Pestizidpolymer. Da ist ein Behälter, genau da drin. Such nach einem PA-400-Polymerbehälter. Wir jagen den Scheißkerl in die Luft. Dann kannst du den nehmen, was du willst, okay? Na schön, wir machen es auf deine Art. Aber wird der Behälter dabei nicht zerstört? Scheiße! Die Pumpe! Der Schierling muss ständig besprüht werden. Kaum mehr PA-400! Du musst den Polymerbehälter auftreiben! Jetzt sofort! Ja, klar, ein Behälter. Sag mir wenigstens wie eine Aussicht. Eine hartgelbe Zylinder! Natürlich! Hinter den gelben Zylinder, sonst sind wir am Arsch! Mr. Zylinder! Ähm, boah, ja okay, den werde ich mir schnell holen. Wo finde ich diesen gelben Zylinder? Das ist ein Polymerbehälter, Major. Die sind immer gelb. Er dürfte nicht so schwer zu finden sein. Beeil dich! Beeil dich! Ja, jetzt sei doch mal ruhig! Die ganze Zeit chill ich hier weg und jetzt plötzlich wollen sie alle Stress. Es ist ja nicht so einfach. Es ist für niemanden von uns einfach. Okay, das wollen wir noch machen. Ich muss auch sagen, mein Eindruck vom Gameplay hat sich jetzt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen verbessert. Ähm, es sind halt einfach ein paar Ungereimtheiten und es ist auch von der Story schwer zu folgen, habe ich das Gefühl. Also, von der eigentlichen Anfangsstory. Man ist dann plötzlich hier so drin und weiß gar nicht genau, was, warum bin ich denn, warum ist denn plötzlich alles scheiße und warum bin ich mittendrin? Aber, oh ja, das kann ich benutzen, ne? Das kann ich irgendwie manipulieren. Nee, so nicht. Ah, man kann es normal so runterfahren. Ah, die sind das, die hier die Geräusche machen. Also, man kann halt darüber streiten, wie gut der Nahkampf ist, aber die anderen Sachen sind eigentlich schon ganz cool. Und es gibt auch viele Waffen, habe ich jetzt gemerkt. Oh, shit. Here we go again. Ja, mit Hogwarts bin ich durch. Und ich glaube, am Donnerstag, ich weiß nicht, ob es am Donnerstag ist, aber Nils, Ede und ich wollten eigentlich Forest zusammenspielen. Also, wenn das am Donnerstag rauskommt, steht eine hohe Chance da, dass wir das auch zusammenspielen. Ich bin aber nicht so ganz drin. Auf jeden Fall gibt es am Dienstag Mon plus Friends. Das ist meine kleine Playstation Plus-Sause mit Fabian Siegesmund, der da sein wird. Und natürlich ganz viel Gewinn-Kram. Ihr könnt Playstation Plus, ja, ich weiß nicht, Mitgliedschaften gewinnen. Also halt Keys. Und vieles mehr. Es wird, glaube ich, ganz cool. Seid gerne dabei. Ich freue mich da sehr drauf. Da ist er da schnell in die Leiche geschossen. Schade, dass, wenn man die zu Eis macht, man keine Gegenstände mehr bekommt. Da muss man also aufpassen. Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Ja, wie, ist doch die Frage. Wie nehme ich den ganzen Scheiß-Tank mit? Dafür war dann auch der Button vorhin. Okay. Das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen. Einschließlich uns. Okay, ich könnte ihn jetzt scheinbar nach oben fahren lassen oder nach unten, aber irgendwie macht das halt nicht. So, ich muss das hier beseitigen? Oder muss ich den, ja, ich muss die Geschichte hier einfach drehen, nehme ich an. Wo ist denn der Dreh? Alter. Okay, kurz mal überlegen. Ach, ich kann's hier an der Seite fahren. Okay. Klar, an der Schiene entlang ist irgendwie logisch. Frage ist nur, muss ich erst mal gucken. Was hab ich davon? Okay, da bringt's nichts. Da, da ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Da ist ja eine Öffnung. Frage ist nur... Kann ich das hier auch nehmen? Nein, ne? Ah, shit, okay. Deswegen krieg ich's halt nicht ganz bis hierhin. Hier vielleicht? Nee? Doch. Okay, da geht auch nicht mehr viel, dann ist das wohl auch richtig. Oh, ich hänge hier irgendwo fest. Also, wir haben immer noch den gelben. Wir müssen den immer noch drehen. Bestenfalls hier hin. Oder? Und dann hier nochmal drehen? Ja, das könnte klappen. Aber drehen kann ich von hier aus nicht. Oh. 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 Ach, hier muss ich später hin, ne? Hier muss ich später wieder zurück, wahrscheinlich. Ja, ja. Speichert ab. Buh. Ah, okay. Von hier kann ich's bewegen. Okay, klar. Danke, Julex und, äh, alle anderen auch, die hier, ähm, helfen, den Kanal am Leben zu erhalten. Jetzt muss ich hier nochmal gucken. Also, das ist nur, zurück geht schon gar nicht mehr. Vorwärts geht auch nicht, ne? Also, drehen. Wo krieg ich jetzt raus, welches Ding ihn dreht? Ja, wahrscheinlich, ja, da muss ich ihn hin, ne? Gut, jetzt komm ich immerhin hier drauf und durch das Rumgedrehe, seht ihr? So klappt das, glaub ich. Ah, nicht ganz. Als nächstes, ja. Aber ich muss es erst noch hinkriegen. Irgendwas hier ist doch eben weggeklappt. Na gut. Ja, genau. Oh, mit dem kann ich ja mal reden. Vielleicht weiß der was. Was noch so ein armes Schwein hat sich das falsche Versteck ausgesucht. Oh, hier ist irgendwo ein Mutant. Hier wird er uns nicht finden. Wir sind in Sicherheit. Oh, das Licht ist ausgegangen. Danke, Galopolis, für deine Hilfe. Oh, wie gemein. Das war jetzt aber eine sehr kurze und unangenehme Unterhaltung. Na gut. Wenn ich getötet werde, verwandle ich mich dann auch in einsprechenden Toten? Liege ich in der Ecke und rabbele unverständliches Zeug für mich hin? Schwer zu sagen. Einerseits hast du keinen Neuro-Polymer-Speicher. Andererseits wurde dein Körper einem hohen Maus an Polymerisation unterzogen. Also, ja oder nein? Uns fehlen die Daten, um das mit Sicherheit sorgen zu können. Es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden. Äh, nein danke. Ich verzichte. Oh Mann, jetzt habe ich also wirklich fast alle gefunden, nur nicht die, die ich wirklich brauche. Shit. Also, wir suchen immer noch den einen hier. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Vielleicht hilft mir das dann ja weiter. Okay, das kann ich nicht verschieben, ist auch gut zu wissen. Dann kann ich mir den sparen. Ah, wie dumm. Kamen wir hier, kamen wir hier her? Von hier unten? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wir gehen nochmal hoch. Okay. Okay. Wieder der Falsche, oder? Ich habe nicht mehr gesehen, welcher sich gedreht hat. Ja, ja. Stimmt, das ist der am Anfang. Ja, ja, okay. Ihr Eierköpfe und eure geschissenen, kühlen Experimente. Ich mag den Hauptcharakter irgendwie. Der hat irgendwie keinen Bock mehr. Okay, hier ist aber auch nichts mehr. Also, irgendwo da drüben ist die Lösung. Wir müssen nur genauer suchen. Mauli. So, hier ist der Tank. Jetzt müssen wir wirklich nochmal genauer gucken. Ich gehe nochmal hoch, aber da ist ja, da war keine, da war nichts zum Drehen. Und das ist das, was mich irritiert. Alle anderen Steuerpulte hatten ja zumindest was zum Drehen. Hier geht es wahrscheinlich, also ich meine, das kann ich gleich auch nochmal gucken, aber da geht es wahrscheinlich am Ende wieder raus. Ja, das stimmt, ne. Das ist jetzt ein Level, der sich ziemlich zieht, wo man auch schon früher hätte ein Ende finden können und wo sicherlich auch wieder Leute abspringen. Das hat man ja mittlerweile dann halt, ne. Muss man echt fast schon mit rechnen. Okay, ne. Ne, ne, hier bin ich falsch, beziehungsweise hier vorne bin ich richtig. Das ist halt schade, aber das Pacing in solchen Leveln ist oft, ähm, oft grenzwertig bei vielen Spielen. Die gehen gefühlt, gehen alle Shooter-Passagen für mich immer so, naja, ein Viertel zu lange. Also jeder Level ist immer ein Ticken zu lang gefühlt. So geht es mir zumindest häufig. Ich mag ja durchaus diese ganzen Rätsel und alles. Ach, der Button ist kaputt, ne. Deswegen geht das nicht. Scheiße. Irgendwie drehen. Wie könnte ich es drehen? Ah, vielleicht kann ich es ja hier mit drehen. Das wäre jetzt natürlich schon nicht doof, ne. Irgendwie hier so an der Mechanik nehmen und drehen, aber nee. Ich versuche nochmal oben rüber zu springen. Das ist ja echt ganz komisch. Wenn jemand eine Idee hat, einfach mal raushauen, ne. Ist das nicht ziemlich in der Nähe von dem gelben Teil gerade oben drüber? Ja, 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 genau. Hier müsste es sein. Aber ist es halt nicht, weil der Button kaputt ist. Ich habe die restlichen alle schon gefunden. Das scheitert im Moment nur daran. Kann ich vielleicht da irgendwie irgendwo drauf? Nee, auch nicht. Da könnte ich vielleicht irgendwann hin. Ich meine, ich kann diese Dinger ja verschieben. Also kann ich ja auch irgendwo hinkommen. Aber ich bin jetzt überall hingekommen. Nee, das Ding bewegt sich nicht. Ja, vielleicht muss ich hier hin. Oh. Da ist ja noch eins. Okay. Geil. Ähm. Aber jetzt haben wir es. Geil. Danke, Leute. Ich habe es zwar zeitgleich auch entdeckt, aber ihr habt es mir auch gerade gesagt. Vielen Dank dafür. Man sieht das von hier irgendwie nicht, ne. Weil es irgendwo so komisch dahinter ist. Ja. Jawohl. Pestizid-Anzeige gesucht. Jetzt bei 8 Prozent. Ach, scheiße. Ah, nee. Er muss wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Nee. Ah, ah, wapp. Ich bin jetzt bei 6 Prozent. Ich, ähm, die durch das Polymer ausgelösten Mutationen schreiten voran. Ich beobachte CP388, Codename Schierlängen, seit einem Monat und bemerke über ein ungewöhnliches Verhalten. Die Pflanze ernährt sich durch Endozytose und hat eine interessante Fähigkeit entwickelt. Sie kann identifizieren, woher sie ihre Nährstoffmischung bezieht und streckt ihren Stängel in diese Richtung. Schatz, was gibt's zum Abendessen? Na, Stängel. Hä? What? What? Warum? Warum nur das? Vielleicht das da, ne? Okay, wie komm ich da hin? Ah, Alter. Alter. Also mein erster Gedanke wäre, das gelbe Ding hier hinfahren zu lassen, um dann obendrauf springen zu können, damit ich hier hinkomme. Aber das ist, glaube ich, Quatsch. Hier komme ich doch bestimmt noch anders hin. Auf die Ecke da? Auf die Ecke da? Ah, ne, da ist zu. Na, okay. Da ist auch zu, glaube ich. Also wir sind ja fast durch. Ich dachte, ich kann vielleicht noch irgendwas zum draufsteigen, transportieren oder so. Aber das sieht auch nicht so aus. Hier, ist da irgendwo eine Schiene. Genau. Ist hier irgendwo eine Schiene oben? Auch nicht. Keine Schiene. Mann. Ja, manche meinten, ich soll mal hier auf diese Kiste hüpfen. und von da hin überspringen. Ja, das könnte klappen, ne? Ja, hätte ich gleich mal machen sollen. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Einmal nochmal dahin. Vorne noch einmal drehen mit dem anderen Ding. So, ich glaube, der da oben war es. So genau weiß ich es gar nicht mehr, welche von denen. Also, wenn das da hinten, der ist hierfür. Also, muss der wahrscheinlich dann hierfür sein. Oh Mann, ey. Endlich. Oben. Pestizid-Anzeige-Bösung, jetzt bei 2%. Wir werden alle sterben. Von mir aus, du zuerst. Endlich. Sehr gut. Erstmal schön ein Dübeln. Und jetzt die Kippe auf den Behälter. Geiler Baum. Mit den Augen. Ein Augenbaum. Aber das ist das gute Zeug. Eilige Scheiße, er dreht durch. Er ist wütend. Wir müssen weg, bevor er wartet. Ah, verdammt. Ist ja gut jetzt. Alles gut, Kumpel? Ja, geschafft. Scheiße, Sprossen. Steh schon auf. Mein Bein steckt fest. Schieß endlich. Es sind zu viele. Beeil dich. Ich versuch's ja. Erfischen sie uns. Kannst du nicht besser zielen? Im Pass-Dar, steh auf, steh auf. Ich versuch's ja. Ich versuch's ja. Ich versuch's ja. Halt durch, Kumpel. Haha. Oh, Kacke. Der beschissene Behälter. Wenigstens etwas. Er ist forkiert. Du merkst aber auch alles. Schönes sein. Runter von mir. Hat er dem die Zunge oben aus dem Kopf gezogen? Habt ihr in diesen Laboren wirklich nichts Besseres zu tun, als riesige Killerpflanzen zu züchten? Der Weg zu wissenschaftlichen Ölpflügen steckt voller Waldstrecke. Fehler lassen sich nur vermeiden, indem man nichts tut. Mhm. Genau wie bei mir und Petrov. Ich bin jetzt, 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 ich bin jetzt. Und das ist ja, ich bin jetzt, ich bin hier in der Nähe in der Nähe in der Nähe in der Nähe in der Nähe. Warum ist das zu? Warum ist denn das Tor jetzt zu? Warum ist denn ein großer Mutant? Das erinnert jetzt sehr an das fünfte Element. Ah, oh, 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 oh. Was, warum? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, come. J-Z-Z-I-K! J-Z-I-IK! Charles, die haben aber jetzt nicht ständig so mit der Birke rumgespielt, oder? Nein, absolut nicht. Die Birke ist zuallererst ein Symbol, obwohl sie durchaus eine sorgfältige Pflege benötigt, alle zwei Tage. Das heißt, man muss jeden zweiten Tag rumlaufen und vier Kalister einsammeln. Das ist ja furchtbar. Alter, was ein Bratzgewitter! Jetzt wird der Mann mit dem Xylophon völlig verrückt. Nimm dem einer die Drogen weg. Scheiße, da kommt der Adolf. Schnell weg damit! Und den anderen habe ich doch auch schon geholt, oder nicht? Ja, habe ich! Geil! Was ne Geschichte! Das Tor ist offen. Wir können den Vavilov-Komplex verlassen. Na, endlich. Ab jetzt will ich keine verdammten Kanister mehr sehen. Wir haben es geschafft, Genosse Major. Immer mit der Ruhe. Ich war das. Ich habe für moralische Unterstützung gesorgt. Ja, wie auch immer. Ein bisschen geholfen hast du schon. Wie fühlst du dich? Diese Frage trifft auf mich zwar nicht ganz zu, aber trotzdem vielen Dank. Mir geht es gut. Können wir jetzt gehen? Jetzt? Ja, klar. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen. Okay, Leute. Das ist das letzte. Hallo? Und? Sind wir jetzt bereit? Gehen wir. Ich höre dann jetzt gleich auf. Ich muss noch zum Sport. Wir haben ja schon 10 Uhr und morgen ist, habe ich ja viel zu tun. Morgen ist, wie gesagt, Mon plus Friends. Guckt es euch an mit Fabian Siegesmund und Friends und noch viel mehr anderem Gespökes. Und deswegen muss ich heute natürlich ein bisschen früher ins Bett. Charles, wie ist Chariton Sakharov gestorben? Unter ungeklärten Umständen. Dr. Setschenov ist der Einzige, der die Einzelheiten kennt. Ungeklärte Umstände? Und Dr. Setschenov hat keinem erzählt, was passiert ist. Doch. Angeblich ist Professor Sakharov ausgerutscht und in ein Becken gefährlicher, experimenteller Neuropolymere gefallen. Oh, scheiße. Armer Kerl. Was ist denn daran so ungeklärt? Manchen Leuten kommen gewisse Aspekte der Geschichte merkwürdig vor. Zum Beispiel? Aufgrund einer bizarren Verkettung von Umständen konnte kein Bildmaterial des Vorfalls sichergestellt werden, obwohl in den Laboren ständig alles dokumentiert wird. Naja, kann mal passieren, oder? Kameras gehen kaputt oder Daten werden nicht aufgezeichnet. Durchaus möglich. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass das fragliche Polymer überhaupt nicht gefährlich ist. Darin stirbt man nicht. Du selbst schwimmst gern darin. Oh, na schön. Aber vielleicht handelte es sich bei dem Polymer um eine einzigartige experimentelle Probe oder sowas. Eine gefährliche Variante. Auch das ist durchaus möglich. Aber hätte Professor Sakharov nicht gewusst, dass die Probe, mit der er arbeitete, gefährlich war? Er hat sie schließlich eigenhändig erschaffen. Zusammen mit Dr. Sakharov. Das ist doch nicht zu fassen. Da erwarte ich direkt so eine Rose, die ich mir in den Mund stecke. True Lies. La, 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 la. La, 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 la. Oh. La, 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 la. Und den Zug nach Solnett Schneier nehmen. Und da aus geht es zu Fuß weiter. Und wo können wir diese Station finden? Sie ist auf der anderen Seite des Dorfs. Dann lass uns gehen. Okay, das wird gleich spannend, denn wir kommen raus. Aber das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Einmal vielleicht noch kurz ein bisschen was gucken, was man hier noch so machen kann. Danke, Heimdoll113, alle, die jetzt nochmal schnell abonnieren wollen und mir helfen wollen, auf 1800 Abonnenten zu kommen. Die können das jetzt machen, alle anderen sind auch cool. Eine Verbesserung der elektromagnetischen Einheit, die die effektive Reichweite vergrößert. Eine Handschuhverbesserung durch die Schockaufladezeit. Wie oft nutze ich das? Na, mal gucken. Erstmal lieber nochmal schauen, was so die anderen Sachen ergeben. Das zum Beispiel. Resistenz gegen Elementarschaden. Das will ich. Hey, warum hört denn die Musik auf? Das war gerade voll gut. Ich war gerade voll im Beat. Ja gut, das soll wohl einfach nicht sein. Vielleicht der richtige Moment, um euch daran zu erinnern, dass ich ja Stuhl und Bier beide als Songs jetzt auf Apple und Spotify habe. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr sehr gerne da reinhören. Und ihr kriegt jetzt von mir eine Raiderei und Simon wird zu Sportmon. Nein, wir wollen nicht kurz schauen, ob es rausgeht. Lieber mehr der Ideen. Das wird der Cliffhanger für die nächste Folge. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich hoffe, dass man jetzt mal ein anderes Setting hat. Und ich bin auch sehr gespannt, wie lange dieses Spiel am Ende geht. Ich habe das Gefühl, als wäre das ein relativ großes Spiel, wo man aber viel Zeit auch ein bisschen gestreckt hat durch Rätsel, die einfach sehr lange gehen. Und sage ich mal Areale, die sehr groß und fast schon labyrinthartig sind. Wobei ich sagen muss, ich komme eigentlich ganz gut klar. Aber es wird schon auch viel Zeit, es vergeht viel Zeit mit Gucken, mit Reden, mit Ballern natürlich, aber eben auch dann mit den Rätseln, das Upgraden, das Hin- und Herlaufen, das Um-die-Ecke nochmal gucken, was da noch ist. Das Runterfallen, um dann wieder irgendwo auf der anderen Seite rauszukommen und alles nochmal neu machen zu müssen. Die Tode, die Bugs, nach denen man dann auch wieder zurückgeworfen wird. All das frisst ganz enorm Zeit. Deswegen weiß ich nicht, wie lange wir hier wirklich in-game gespielt haben. Aber ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. So, ich schicke euch jetzt alle rüber zu Denzel und beim nächsten Mal, gerne beim nächsten Mal, schicke ich euch auch zu einem anderen. Also es ist voll easy, nur jetzt schicke ich euch zu Denzel. Okay Leute, macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen, denkt dran, 16 Uhr, Mon plus Friends hier auf meinem Kanal. Und die Woche drauf dann, also die ganze Woche, die restliche, bin ich dann bei den Rocket Beans am Wochenende erst wieder da. Ich werde versuchen, so gut wie ich kann, Atomic Heart zwischenzuschieben. Irgendwann werde ich dann morgen Abend vielleicht auch nochmal Atomic Heart spielen. Aber morgen gibt es erstmal Mon plus Friends. Bitte schaltet ein, würde mich echt freuen. Und damit wir Sony zeigen können, dass das auch jemand guckt. Okay, ihr seid schon weg, ist okay. Sind sie einfach abgehauen. Völlig zu Recht, ich habe zu lange gelabert. Macht's gut Leute und ich wünsche euch auch jetzt viel Spaß mit dem Spiel. Schreibt mal rein, wie es euch gefällt. Schreibt mal rein, wo ihr Probleme seht, wo ihr denkt, dass es vielleicht zu einem Problem werden könnte. Schreibt alle Elemente aus dem Spiel und schreibt auch mal rein, vor allen Dingen, wie euch der Anfang gefällt. Ob ihr den, ob nur ich den so beeindruckend empfunden habe oder ob der euch auch gefallen hat. Gebt mir eure Meinung. Gerne mehr als sieben Worte. Ist wichtig, damit der Algorithmus euch versteht. Und wenn ihr Bock habt, dann geht doch mal auf Montalk. Und das ist mein Zweitkanal. Und abonniert da, dann bekommt ihr die neuesten Updates. Da sind wirklich die nächsten fünf Videos, kommen alle auf Montalk. Also, wenn ihr Bock habt, noch ein bisschen mehr gelabert zu hören, wenn ihr es unbedingt wollt, dann könnt ihr das gerne bei, wie gesagt, Montalk, dem Kanal machen. So, jetzt halte ich selbigen und wünsche euch noch einen schönen Tag mit dem Kram, den ihr macht. Und ich gehe jetzt schön, schön sportig, sportig. Mh, der Gymmon. Ah, nur noch Proteine. Bis dann. Das ist ja Stuhl. Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Grehstuhl. Das ist ja Stuhlglatt. Jawohl. Ich darf Stuhl nicht zum Sitzender.